Racer Kultics? Nein, tut mir leid, da müssen Sie warten, bis die neue Episode von Spectral Radio vorbei ist. Auf Wiedersehen! Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Spectral Radio in diesem Jahr. Was ist denn da los? Boah, was ist denn da los? Der Timo, was ist denn da los? Ja, was ist denn da los? Leute, ich, 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 Danny, ich kann dir das erklären und den Ohren gleich mit. Ja. Eigentlich wollte ich dir das nur erklären, aber die sind ja eh schon alle dabei, dann kann ich ja auch für alle. Leute, es ist so, wir haben euch vermisst, wir können es nicht aushalten ohne euch, es ist einfach so. Wir haben uns gedacht, es gibt so viele tolle, brandheiße News zu Ghostbusters Frozen Empire, lass uns da einfach mal nicht drüber reden. Genau das. Und warum reden wir nicht drüber? Ich meine, die Leute sind ja jetzt alle total heiß und denken sich, boah, so gibt's ja neue Poster und schlag mich do, den hast du nicht gesehen und alles. Über ein paar Sachen wollen wir reden, aber viel auch nicht, weil das sparen wir uns, bis der Heiko wieder bei uns ist. Richtig. Und deswegen müsst ihr da noch ein bisschen aushalten, aber ihr habt trotzdem noch uns noch einmal so ein bisschen. Genau. Für den Ausgang des Jahres. Und eine schöne Jason Dark-Lesung. Ich finde, dass es, wenn das keine Entschädigung ist. Ja. Ja. Mittlerweile richtige Highlights, oder? Auf jeden Fall. Also die Zahlen bestätigen das. Es ist wirklich so. Ich hätte es nicht. Ey, weißt du, früher noch, weißt du, da konnten wir froh sein, wenn wir so 50 Leute hatten, die das gehört haben. So und inzwischen so. Piu. Ja, ist so. Aber das kommt halt auch. Das sind ja mittlerweile auch inszenatorische Lesungen. Oder inszenierte Lesungen. Das ist ja nicht einfach nur, dass wir runterlesen, sondern das ist schon ein Erlebnis. Das sagt er ganz, ganz bescheiden. Ja, ich weiß. Das ist mir gerade auch aufgefallen. Deswegen piep da einfach drüber. Piep. Okay. Ich soll drüber piepen. Ich wusste nicht, worüber und wann. Nein, also ist es natürlich so. Ja, die Lesungen von uns sind ja gar nicht so geil, aber wir wollen ja wissen, wie es weitergeht. Ey. Wollen ja gar nicht. Tja. Das ist, man muss überlegen, in ein paar Monaten startet schon der vierte Teil der Serie. Und wir müssen deswegen wissen, wie der zweite ausgeht. Sonst verstehen wir den ja gar nicht. Ganz klar. Das ist doch voll Sinn. Das ist doch ein Blödsinn. Ja gut, aber ich würde sagen, bevor wir in die Lesungen gehen. Ja. Was machen wir denn da? Da hat der Danny einen Hänger gehabt. Würde ich sagen, ein bisschen News können wir ja besprechen. Da ist der Heiko uns, glaube ich, nett, böse. Drum, liebe Grüße. Liebe Grüße auch nochmal, Heiko. Nee, da ist er uns bestimmt nicht böse. Und das ist ja auch so spannend. Man will ja zumindest ein klein bisschen was besprechen. Damit man ein bisschen was abgetragen hat. Wir wissen ja auch nicht, was sich alles noch tun wird zwischen den Jahren. Vielleicht kommt ja das ein oder andere spannende Detail noch ans Tageslicht. Und das ist dann noch mehr, wenn wir wieder drüber reden. Und deswegen tragen wir zumindest ein klein bisschen was ab. Die Bezeichnung zwischen den Jahren ist übrigens immer irritierend, finde ich. Das impliziert irgendwie, dass es so einen Zeitraum gibt zwischen zwei Jahren. Ja, das ist wahr. Das ist aber, ähm, ähm, guck mal, ähm, wie hast du mich gerade genannt? Kumail? Kumail? Ich bin doch gar nicht der Nanjani. Ich glaube, für viele ist das irgendwie so ein, das ist halt dieser Moment zwischen Weihnachten und Silvester. Dann hast du dann halt einfach Urlaub. Ich kenne das nicht. Da, wo du herkommst, kennst du es auch nicht, nehme ich mal an. Was? Urlaub zwischen, zwischen, zwischen den... Zwischen den Jahren? Hast du Urlaub genommen? Früher immer? Äh, nee, also ich durfte, ich durfte ja auch immer einen Job nicht. Ich habe ja im Handel gearbeitet und das war halt zu Weihnachten dann schwierig, wenn man sich da Urlaub genommen hat. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Deswegen, äh, das kennen wir ja nicht. Aber einige nehmen sich dann halt Urlaub und das ist dann irgendwie so ein Hänger zwischen den Jahren so und ganz schön. Ich habe das immer genossen, früher als ich noch in der Schule war. Fand ich toll. Das war irgendwie so eine, so eine, so eine Nullzeit. Und man schwebte irgendwie so, ja, zwischen den Jahren. Ja, das stimmt. Mein Gott, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Aber ey, den, 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 den Luxus mit zwischen den Jahren werde ich mir dieses Mal auch gönnen. Weil ich mir das diesmal auch erlauben kann, äh, meine Frau hat ja auch frei, äh, wegen Betriebsferien und so. Und deswegen, äh, machen wir uns uns auch ganz, ganz gemütlich und so. Und, äh, das, das höchste der Gefühle wird nochmal ein Video sein. Aber darüber hinaus ist Feierabend dies Jahr. Ja, ist ja nur eine Woche von daher. Ja, aber die brauche ich mal irgendwie. So, man wirklich mal sagt, man fokussiert sich da mal auf so gar nichts und, äh, muss jetzt nicht irgendwie noch im Kopf haben, oh, ich muss noch den Podcast schneiden, vorbereiten, was auch immer. Und das, das Skript schreiben oder was auch immer. Umso großartiger, dass du dich dann hier nochmal eingefunden hast mit mir. Ja, das sind jetzt, also die Jason Dark Lesungen sind jetzt nicht die Folgen, wo man besonders viel schneiden muss. Die verlesen uns ja auch nicht, also schneiden. Das sind halt immer sehr, sehr dankbare Folgen, wenn man mal sagt, okay, ich möchte jetzt zwischen den Jahren einfach nichts mehr machen. Sondern dann rotzt man das raus einfach in die Weiten des Netzes. Ja, das ist wohl wahr. Man rotzt es nicht nur raus, man schreit es auch raus. Ich bin immer heiser nach der letzten Lesung gewesen. Deswegen ist das immer gut, dass wir abends aufnehmen. Da muss ich dann nichts mehr sagen. Aber ich rede ja auch vorher auch nicht mit Menschen, von daher macht es eigentlich keinen Unterschied. Also bereitet euch drauf vor. Wir werden wieder rumschreie ich zumindest. Ja, das kommt drauf an. Ich weiß ja nicht, ob Vigo nochmal zu hören ist. Vielleicht haben wir eine gemeinsame Szene heute. Freuen wir jetzt. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, wir standen letztes Mal kurz davor. Wir werden es aber sehen. Wir werden es sehen. Ich lug gerade schon mal rein. Du lugst rein? Lug, lug. Lass dich doch überraschen, Mensch. Lass dich überraschen. Schnellt gar nichts geschehen. Ah, ja. Nö, keine Ahnung. Egal. Danny. Ja, Timo. Hi. Machen wir es schnell. Hast du was Neues gekauft? Nö. Puzzle. Aber. 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 Aber? Ich habe mein Puzzle von Clementoni zu Ende gepuzzelt. Oh ja. Stimmt ja. Das habe ich ja erfahren über einen populären Nachrichtendienst. Erzähl mal. CBS oder was? Ja, genau. Da kam eine Eilmeldung. Wir unterbrechen unser Programm. Danny hat seinen Ghostbusters-Puzzle beendet. Ja. Alle Kriege in der Welt sind damit beendet. Schön wäre es. Schön wäre es. Ja, aber. Ja, schön war es. Ich habe, keine Ahnung, eine Woche oder so da dran gesessen. Und ich tue mich am Puzzlen immer sehr schwer. Ist nicht so meins. Und es war sehr anstrengend. Gerade so in gewissen Regionen, wo so Uniformen, Falten, Dreißverschlüsse zu einer Melange sich vermischen, die man optisch nicht mehr auseinanderhalten kann. Da hat es am meisten Spaß gemacht. Da wollte ich schon vom Tisch fegen. Nein, aber. Das war sehr, sehr befriedigend zum Schluss. So die letzten zehn Teile. So da bist du echt so zack, 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 zack. Ja, das geht schnell. Wie viele Teile insgesamt? Ich glaube 500 hat das oder so. Das ist doch nichts, Danny. Ja. Geht doch schnell. 500. Das geht doch schnell. Ja, eine Woche, wie gesagt. Darf. Das ist. Ich kann das halt auch nicht immer so lang machen. Also maximal irgendwie eine Stunde. Und dann wird mir super schwindelig irgendwie, weil ich mich die ganze Zeit fokussieren muss und so. Das ist, ich kann sowas nicht lang machen. Hm. Früher immer Puzzle gemacht. Tausend Teile. Und hauptsächlich bestanden aus einem blauen Himmel. Da hast du Spaß. Ist richtig geil. Kennst du das Milchpuzzle? Nein. Was ist das? Das ist eine Milchtüte. Und da drin sind halt Puzzleteile. Und die geben einen ausgegossenen Milchfleck. Der ist halt auch komplett weiß einfach. Das ist ja unglaublich. Das komme ich auch irgendwie von Futterteile oder so. Ja. Das ist ein Milchpuzzle. Ich finde es gut. Ich habe hier hinten, das kann man jetzt nicht sehen, aber da habe ich ein Puzzle von Harry Potter eingerahmt hängen. Und zwar sind es lauter kleine Bilderrahmen mit den ganzen verschiedenen Charakteren. Oh, das hatten wir auch. Ja? Das hat meine Frau zu Ende gepuzzelt. Ja. Und es fehlte exakt ein Teil. Okay. Und wir haben uns sehr, sehr geärgert. Und ich habe es dann irgendwann im Heizraum wieder gefunden. Aber es war noch da, das ist gut. Es war noch da, ja. Nicht schlecht. Ich mag es. Gefällt mir. Ich finde das auch cool. Aber der Schwierigkeitsgrad ist schon krass. Ich habe es nicht gepuzzelt. Ich habe es geschenkt bekommen. Ach, der feine Herr. Ja, so ist es. Unglaublich. Da würde ich doch sagen, gehen wir in die News rein, oder? Wir gehen in die News rein. Du unterstellst einfach, dass ich nichts Neues habe von Ghostbusters. Schon wieder. Das machst du immer. Ich bin schwer getroffen, Danny. Schwer. Ja, okay. Timo. Nein, habe ich nicht. Komm, gehen in die News. Komm. Spectre Radio News. Okay. Ja, da sind wir in den News. Da seufzt er. Wir wollen über exakt zwei Bilder sprechen, die nicht die Poster sind. Ja. Aber das neue Empire Magazine ist erschienen. Das berühmte Kino-Branchen-Magazin, wenn man so möchte. Und es gab ja auch zuletzt zu Legacy gab es ja auch eine Empire-Ausgabe, eine sehr fette Empire-Ausgabe und einem sehr fetten Feature zu Ghostbusters, auch zum Original und so. Und in der, es ist glaube ich die Februar-Ausgabe 2024, die man jetzt schon kaufen kann, ist ein Zwei-Seiten-Artikel drin über Ghostbusters Frozen Empire. Und es gibt auch ein paar Stellen zu zitieren, in denen Gil Keenan auch ein bisschen was über den Film verrät. Und da sind ein paar interessante Sachen dabei, aber wir, würde ich sagen, gehen erstmal auf die Bilder. Da gab es ja ein Bild, das zuerst veröffentlicht wurde. Ja. Das ja als Exclusive Behind-the-Scenes irgendwie beworben wurde, obwohl es für mich so aussieht, als wenn das tatsächlich eine Szene ist aus dem Film. Magst du es beschreiben? Ja, also wir sehen Paul Rudd als Gruberson und Bill Murray, als Peter Winkmann natürlich, im Keller der Feuerwache stehen. Und also neben der Containment, also der Favareinheit. Und Gruberson guckt recht, ein bisschen mitgenommen, ein bisschen verzweifelt. Und Bill Murray hat die Hand so auf seiner Schulter und schaut ihn an. Es ist eigentlich ein sehr simples Bild, aber ich finde ein sehr starkes. Ja, sehr ausdrucksstark. Super ausdrucksstark. Also, ich muss dazu sagen, das ist für mich, obwohl es so simpel ist, ist es so runtergebrochen, das worum es in dem Film eigentlich geht. Du hast die neue Generation vertreten durch Paul Rudd. Du hast die alte Generation, aber sehr würdevoll, sehr würdevoll in Bill Murray. Also ich weiß nicht, wie die Darstellung, wie die Szene im Film ist. Ich glaube, das ist aus einer Szene hier. Würde ich sagen, ja. Ja, also zumindest ist es aus einer Szene fotografiert. Aber ich finde es einfach großartig. Du hast dieses, also Paul Rudd sieht ja so ein bisschen verzweifelt aus. Er macht sich auf jeden Fall Sorgen, würde ich jetzt mal unterstellen. Und Bill Murray steht da vor ihm. Und es wirkt irgendwie so ein bisschen so väterlich begleitend, wird schon. Und ich finde das unglaublich stark. Ja. Ist großartig. Ich mag das. Ja, ich finde auch, da steckt ganz, ganz viel. Also zumal wir ja auch sehen, dass die Wand, an der die Verwahreinheit hängt oder wo sie untergebracht ist, die ist ja auch teilweise eingerissen. Also liegt offen, dahinter Eiszapfen und so weiter. Also wir wissen ja schon, dass der böse Schuft die Feuerwache angreift. Also ich weiß nicht, welche Version du aufhast. Ich habe hier eine, da sieht man es leider nicht, aber es gibt eine Version, die ist ein bisschen höher. Und da sieht man unten auch Heizstrahler tatsächlich. Ja, die sehe ich auch, ja. Okay. Ich habe hier die von Ghostbusters News. Da ist es weggeschnitten. Ja, warte mal. Danke, Jason. Musst du mir nicht schicken. Ich weiß ja, dass es da ist. Ich dachte, dann haben wir hier gleiche Voraussetzung. Das ist ja Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ja, das sieht schon deutlich besser aus. Ja, siehst du, jetzt kann ich auch sehen, dass das kaputt ist. Das war wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. Sehr schön, ja. Ja, also ich finde halt auch irgendwie, wie gesagt, das steckt ganz, ganz viel drin. Also zum einen merkst du halt bei Paul Rudd im Blick irgendwie so, das sieht halt aus wie, keine Ahnung, Scheiße, was ist da passiert? Also ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, dass die Szene tatsächlich, also es macht ja Sinn, nach der Attacke des Wesens, eigentlich könnte man den Namen sagen, oder? Ist der nicht schon irgendwie durchgesickert, oder ist das? Ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, weil es ist ein Eigenname für den Film. Wir haben schon gesucht, also der basiert vielleicht auf irgendwas, aber der Name sagt halt nichts. Segnis zum ersten Mal. Dann führen wir jetzt den Namen ein, oder? Ja. Garaka. Garaka oder Garaka oder, wir wissen nicht, wie es ausgesprochen wird, aber. Garaka the Racker. Der kleine Racker. Der kleine Garaka. Ja. Also das wird ja nach dem Überfall auf die Feuerwache durch Garaka wahrscheinlich stattgefunden haben irgendwie. Und dementsprechend, finde ich, kann man gut im Paul Rudds Blick auch irgendwie die Angst und Sorge erkennen, weil, wenn dem so ist, dann wird das ja auch, dann wird ja Lucky auch eingefroren sein, ab dem Moment vielleicht. Oder fast. Und wäre fast gestorben oder so. Man weiß nicht, wann es spielt, aber im Trailer gesehen, also das ist wirklich der mit einer Wucht in die Stadt reinfährt, der Garaka. Und das haben die natürlich noch nicht erlebt. Und man sieht, Paul Rudd steht das Wasser bis zum Halse sozusagen, sorgentechnisch. Entschuldige bitte, ich hab dich unterbrochen. Nee, es macht nichts. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Lucky so knapp dem Tod von der Schippe springt, weil es wird ja im Trailer gesagt, auch der Deathchill und man sieht, was man sieht, sind so die eigenen Tränen, die in den Augen gefrieren und sowas. Und ich denke mal, dass sie noch im letzten Moment irgendwie davonkommt. Wenn man sich dann überlegt, so hey, da wäre fast jemand gestorben jetzt und so und es geht da wirklich um Leben und Tod. Wir wissen ja auch von Gil Keenan, dass die Stakes diesmal wirklich high sind. Also da geht es richtig um was. Also da steht sehr, sehr viel auf dem Spiel und Menschen sterben und so weiter. Also es wird hart für die Ghostbusters. Ich finde das so schön, dass man halt sieht, dass Peter Venkmans Charakter sich auch über die Zeit weiterentwickelt hat, was ja Ghostbusters 2 auch schon so ein bisschen gezeigt hat. Dass er so ein bisschen väterlicher geworden ist und sowas. Und ich finde, das spiegelt sich hier auf dem Bild auch ganz, ganz gut wider, dass er eben auch diese Seite hat. So ein bisschen fürsorglich. Es ist ein bisschen absurd, aber es ist natürlich, die Jungen müssen quasi die Schlachten bestehen. Man weiß nicht, vielleicht ist Peter auch involviert. Aber er hat auf dem Bild fast was Gandalfäterliches. So Gandalf begleitend väterlich. Ja, du weißt ganz genau, wenn der kommt, dann fühlst du dich wohl halt irgendwie. Der strahlt so eine Ruhe aus und so eine Gelassenheit auch angesichts dieser Katastrophe, die sich da offenbar schon teilweise vollzogen hat, weil eben alles kaputt ist hinter Paul Rudd und so. Aber er wirkt halt selber wie ein totaler Ruhepol und das finde ich toll. Ja, ich finde es halt irgendwie ein bisschen ein Kontrast zu dem Blick, den wir im Trailer sehen von ihm, wo er wirklich sehr, sehr besorgt aussieht, wo ja viele auch schon geäußert haben, ja, der stirbt bestimmt dann in der Szene und so, keine Ahnung. Ich glaube, das ist definitiv danach hier, was wir hier sehen. Wobei ja einige im GB Fans Forum die These aufgestellt haben, dass er hier ein Geist sein könnte. Was ja Bullshit ist, weil wir wissen ja, wie jemand, der sich in einem, also der eine menschliche Form annimmt, dann als Geist aussieht. Das haben wir ja in Ghostbusters Legacy sehr, sehr schön präsentiert bekommen. Das sieht man hier nicht. Entweder siehst du so aus oder du siehst wie ein Scoleri-Bruder aus. Aber so sieht er nicht aus. Trotzdem, er leuchtet ja ein bisschen ätherisch so um den Kopf rum. Nee, das ist ja ... Die Idee daher, ja. Ich finde es manchmal absurd, wie manche Leute wirklich Physik so gar nicht verstehen und wahrnehmen. Ich meine, das ist ja, du siehst die Lichteffekte, du siehst links über seinem Kopf eine Leuchte, die ihn anstrahlt, anleuchtet. Das ist doch einfach ein ganz natürlicher Lichteffekt, so von schräg oben hin. Das sind halt die greisen Härchen, die er da auf dem Kopf beträgt. Ach, das ist gar keine Aura. Das sind Haare. Wow. Ah, die Aura. Ja, Moment. Das ist seine Aura. Doch, der geht jetzt gleich noch weiter als Geist der vergangenen Weihnachten. Ja, das habe ich auch so ein bisschen wahrgenommen, dass Leute meinten, er sieht ein bisschen aus wie Frank Cross. Ja, aber das hat einen Grund. Der wurde nämlich auch von Bill Murray gespielt. Okay. Das ist so. Übrigens, ähm, der Schal, den er da trägt. Das Hemd, das er im ersten Teil getragen hat und ich finde es schön, dass er sich einen Schal daraus gemacht hat. Wenn er sich denn den daraus gemacht hat, also. Vielleicht hat er auch einfach das Hemd genommen und sich in den Hals geschlossen. Nein, wir wissen ja, wir wissen ja, ähm, ähm, Peter und Dennis sind ja noch zusammen, also wahrscheinlich verheiratet so von dem. Sie hat zumindest einen Ehering gehabt am Ende des letzten Films. Und er hat irgendwann gesagt, ach, der olle Lumpe, den schmeiß ich jetzt weg. Der olle Lumpe. Oder nein, sie hat gesagt, der olle Lumpen von dir hier, mit dem lernst du schon so lange rum, den schmeiß ich jetzt weg. Da hat er gesagt, Moment mal. Moment mal. Da gibt es viele sanfte Abstufungen, ja. Guck mal, du musst dir einfach nur eine Schere nehmen und schwuppdiwupp. Und schwuppdiwupp sieht er so aus. Zack, zack. Und sie so, ach, Peter. Ja. Aber lustig, wie überall diese kleinen Anspielungen sind ja bei, ähm, Dan Elkrod, der hat ja auch schon dieselbe Tracht gehabt wie beim ersten Teil. Die ist mit ihm mitgewachsen anscheinend. Ja, ich finde es manchmal ein bisschen, ein bisschen too much irgendwie. Also eigentlich bin ich ja auch, äh, begeisterungsfähig, wenn es so um so kleine Easter Eggs geht und so. Aber ich finde so, manche Sachen finde ich irgendwie so absurd wie, keine Ahnung, der hat den Schal mit dem gleichen Muster wie das Hemd, das er im ersten Teil getragen hat. Keine Ahnung, Dan Ray, der hat exakt die gleiche Jacke wie damals an und so. Keine Ahnung, kannst du halt. Das ist so ein bisschen wie Zeichentrickfiguren in den 80ern, die immer dieselben Sachen aneinander hatten. Ja, wirklich, ne, da darfst du halt auch nicht zu sehr drüber nachdenken, so, ne, keine Ahnung. Ich finde es, ich finde es irgendwie, das sind halt so die kleinen Sachen, die stören jetzt den Film nicht, aber ich finde, das wirkt immer so reingedrückt, so. Ein bisschen aufgezwungen. Ein bisschen aufgezwungen. Ja, genau. Also das, keine Ahnung. Nein, ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Also bei Ray ist es mir auch erst gar nicht aufgefallen, weil die Beleuchtung eine ganz andere ist. Das habe ich dann später erst nachgelesen. Und hier ist halt ein Schal jetzt, ach na ja, Gott. Aber trotz einem fantastisches Bild, also ich, äh, also ist halt irgendwie so, ich dachte so auf den ersten Blick so, ja, ach ja, schön, äh, Mary and Paul Rudd, schönes Bild. Und dann vielmehr ist darauf, ach ja, guck mal, hier, im Basement mit, äh, der Verwahreinheit und, äh, so weiter. Und, äh, aha, hier, und da legt er mir die Hand auf die Schulter und die Blicke und so. Also ich finde, das guckt man sich an und dann, je länger man das anguckt, umso mehr entfaltet sich, was da drin steckt. Und umso mehr, habe ich das Gefühl, sackt das aus. Mhm. Das finde ich wirklich, wirklich gut gewählt für den, für den Artikel. Ich habe das auch genossen, wie so ein kleines Kind an dem Tag an es rauskam. Habe ich gemacht. Weißt du noch, als du ein Kind, als du ein Kind warst und du hast dir irgendwelche Bilder angeguckt und du hast dich so bäuchlings hingelegt und die, den Kopf über den verschränkten Arm halt irgendwie und hinten die, 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 die Beine wackeln lassen und so. Und so war ich da. Mhm. Ja, und habe dieses Bild angeguckt und, äh, Stunde um Stunde um Stunde. Und es wurde ja nicht langweiliger. Ja. Ich finde übrigens, dass, also, mich würde es nicht überraschen, wenn man das Bild so hinten auf der Rückseite von der, von der Blu-ray finden würde. Ich finde, das ist so ein typisches, ähm, Backcover von der VHS oder Blu-ray oder was auch immer. Bild. Das ist möglich. Das wäre früher auch ein Aushangfoto im Kino gewesen. Ja. Mittlerweile hängen sie ja in Kinos nur noch die Plakate selbst. Aber früher gab es immer so kleine Bildchen noch, die so drumrum hingen. Und das wäre ein optimales Aushangfoto gewesen. Ja. Denke ich auch. Ja. Wollen wir zum zweiten Bild kommen? Ja. Das zweite Bild ist auch aus diesem, äh, Empire-Artikel. Und, äh, das finde ich auch spannend. Weil, also, war jetzt auf den ersten Blick cool. Aber es ist dann auch interessant, was da vielleicht drinstecken könnte auch wieder. Ähm, wir sehen nämlich die Spanglers in, äh, Flight Suits. Also, in voller Montur. Das wiederum ist ein Behind-the-Themes-Foto. Das sieht man ganz gut daran, dass diese Filmklappen mit, äh, der Firehouse-Schrift, äh, ins Bild gehalten werden. Also, es ist tatsächlich gestellt, das Bild sozusagen. Ja. Und, ähm, ja, stehen in einer Art Büro, Wartebereich von einem Büro oder so. Und, ähm, wir sehen auch auf dem Sessel im Hintergrund, sieht man so ein paar Krawatten hängen, die so drübergelegt sind. Auch so ein paar Anzüge, äh, in so einem kleinen Schrankbereich da hängen und so. Timo, was ist denn da los? So, die Krawatten, das find ich schon mal geil. Müsste alles dieselbe Krawatte sein, eigentlich. Naja, die, das Spannende ist, die Muster sind gleich. Ja, das stimmt, ja. Also, offensichtlich hat die Person ein Faible für solche Krawatten und, äh, ich glaub, wir wissen auch wer. Weißt du, es ist so, das haben wir eben schon festgestellt, im Ghost vs. Universe entscheidet man sich einmal für einen bestimmten Kleidungsstil oder ein Kleidungsstück und bleibt dann für immer dabei. Ja. Und das zählt sich durch, auch bis zu den Antagonisten. Mhm. Ja, also, das könnte natürlich das Büro von Peck sein. Ja. Ja. Ähm, dazu hab ich dann auch... Bürgermeister, bitte? Bürgermeister, Bürgermeister. Entschuldige. Ich hoffe, dass der Film das nicht macht, ne. Ich fänd's so, weiß nicht, Walter Peck, der Bürgermeister, ist für mich echt so Fanfiction irgendwie. Also, weiß ich, das fänd ich, da wär ich zum ersten Mal wirklich enttäuscht von Gil und Jason, wenn sie das so, weil das hat so irgendwie, guck mal, wir nehmen das Skript von, äh, Max Landis, hieß er. Und, ähm, da nehmen wir so ein paar Elemente raus. Das fänd ich schade. Also, ich bin in dieser privilegierten Situation, dass beim letzten Film so Sachen gemacht wurden, mit denen ich so nicht einverstanden habe. Es ist völlig in Ordnung, geh ich d'accord mit hier. Okay. Es sagt ja niemand, dass es nicht auf eine gute Art und Weise gemacht wird. Wir wissen ja gar nicht, was die da geschrieben haben. Ich würd auch lieber, wenn's irgendwie gehen würde, dass das irgendwas anderes... Also, Leute, wir wissen das nicht, ja, das sind jetzt Mutmaßungen, das sind keine Spoiler oder so. Das sind Mutmaßungen, das muss man nochmal ganz klar sagen. Aber es deutet schon drauf hin, weil wenn Peck in irgendeiner anderen Funktion im Film wäre, warum sollten dann die Ghostbusters, ähm, in Uniform, also das ist ja jetzt irgendwie auch eine ernste Situation anscheinend, da geht's um was, bei ihm sein, wenn die überhaupt bei ihm sind. Aber die, die Krawatten, die deuten ja schon sehr deutlich drauf hin und die, ähm, Anzüge, die im Hintergrund hängen, hinter Trevor, also ich denke, das ist auf jeden Fall bei Peck. Welcher anderen Funktion sollte der ein Büro haben, wo die aufkreuzen? Ja, vor allen Dingen so ein Büro, ne, und das, äh, da haben ja auch, äh, User bei GB-Fans geschrieben, das ist so typisch, diese, diese Einrichtungen, das wissen wir ja auch, da gab's ja auch, äh, Set-Bilder, äh, im Frühjahr, ähm, als gedreht wurde. Äh, wo man gesehen hat, ähm, dass in diesem, äh, 55 Central Park, blablabla, West, äh, gedreht wird, oder gedreht wurde, und, äh, dann gab's ja auch diese Bilder, die geleakt wurden von Ernie Hudson und William Atherton und so, und der hat auf dem Bild übrigens so eine Krawatte getragen. Ich glaube, sie war da rot, aber sie hatte auch diese Streifen. Aber 55, äh, Central Park West ist es da, wo Dana gewohnt hat, im Ersten. Ne, wo, 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 wo war, wo war der nochmal, die haben ja noch auch irgendwas mit 55 irgendwo gedreht. Irgendwo gedreht, wo es bürgermeisterlich aussieht, ich erinnere mich dunkel, ganz dunkel, das war im März diesen Jahres, oder im April, das ist schon lang her. Ja, stimmt, die haben ja auch in London gedreht. Ja, wir haben die, wir haben die Bilder gesehen, auf jeden Fall, und, ähm, ja. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Aber, ne, die haben in London gedreht. Aber es war auch was mit 55, also. Durchaus, äh, war das irgendeine Stelle, wo, wo ein Rathaus ist, oder so, oder, oder irgendwas Verwaltungstechnisches, das weiß ich noch, ganz genau kann ich nicht sagen, aber es war irgendwas in der Richtung, wo die Leute sofort gesagt haben, okay, da muss ja der Bürgermeister sein. Ähm, und jetzt haben wir halt dieses Bild hier. Ja, ich weiß nicht, ob das, ob das, ich will nicht wieder meckern, aber ich weiß nicht, ob das, ob das so für den, äh, fürs Drehbuch spricht, oder für den Film, wenn, äh, Fans sich, ähm, bei den geringsten Andeutungen in irgendeine Richtung sofort, äh, prognostizieren können, wie es sein wird, und es ist dann so. Ja. Also, wir haben auch bei, ähm, Afterlife schon unglaublich viel vorher gewusst, was nicht gesagt wurde, so, es hat sich einfach so erschlossen, wenn man die Produktion so verfolgt hat. Ähm, ich hoffe, dass der Film uns ein bisschen überraschen wird, und dass wir nicht irgendwie tatsächlich alles wissen im Voraus, weil bei Afterlife im Grunde genommen, wir wussten ja alles, was da passieren wird. Wir wussten ja die Eckdaten nicht, nicht genau, wie es gemacht ist, aber so ganz grob, sag ich jetzt mal. Ja, also den groben Plot, den konnte man sich tatsächlich mal so, dieses ganze Behind-the-Scenes-Zeug und sowas, was wir im Podcast allen alles irgendwie haarklein behandelt haben, äh, wenn man sich damit beschäftigt hat, konnte man das tatsächlich schon sehr gut vorhersehen, ja. Ja, und ich hoffe, dass wir uns hier vielleicht das ein oder andere Mal auch mal irren werden. Ja, das ist aber jetzt nicht zwingend irgendwie nur Ghostbusters-spezifisch, das ist generell so, also ich weiß noch, die Zeit, als ich mich, äh, als The Dark Knight gedreht wurde, da hab ich mich auch sehr intensiv mit allem beschäftigt, was da geleakt ist, was an Schnipseln kam und so, äh, und dann kam ja auch irgendwann, dass das Drehbuch vor Filmstart, das wurde geleakt, und, ähm, ich fand's auch interessant, wie viel man sich da schon tatsächlich aus den Bildern so erschließen konnte, wenn man sich das genau angeguckt hat, und da sich auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht hat, also, das bleibt, glaub ich, nicht aus, das ist halt immer so ein bisschen das Problem, was damit einhergeht, wenn man halt wirklich sich eingehend mit den Dreharbeiten auch auseinandersetzt, so, ne, man weiß dann halt schon ein paar Sachen. Das ist jetzt so ein Punkt, ich mein, wir haben Peck gesehen in dem Anzug, und da hieß es, ja, guck mal, der sieht aus wie ein Bürgermeister, also, der ist angezogen wie ein Bürgermeister, das ist bestimmt wie ein Bürgermeister, die drehen vor diesem Verwaltungsgebäude, das ist bestimmt das Rathaus dann im Film. Jetzt haben wir dieses Bild hier, und das sieht wieder wie ein Büro aus, es könnte ein Bürgermeisterbüro sein, es könnte Pecksbüro sein, wegen der Krawatten, die da hängen, wegen der Anzüge, die da hängen, also, es deutet alles drauf hin, ich fänd's halt einfach geil, es kann ja auch einfach was anderes sein, ich fänd das so toll, wenn wir uns einfach mal irren würden, weißt du, wenn es nicht das allein naheliegendste wäre. Wobei, ich will's nicht verdammen, ist es ja vielleicht einfach auch ganz toll geschrieben und ganz lustig. Ja, das Ding ist halt irgendwie so, ich, generell, dass man Peck jetzt wieder mit einbaut, ist halt auch wieder so typisch, das, was man ja eigentlich mit Legacy auch schon gemacht hat, wo ich gnädiger war, einfach, weil ich das fand, dass es da gepasst hat, dass man Sachen aufgreift wieder, die man noch kennt, einfach, weil's ja auch so ein bisschen wieder, so ein Wiederabholen der Fans war und so. Also, hier hätt ich, glaub ich, tatsächlich mehr Probleme, also, ich hab das, also, ich merk das, ich bin hier echt ein bisschen strenger, so, also, hier fänd ich's schade, wenn man hier auch wieder ganz viel so convenient, äh, äh, mäßig wiederholt und mit reinbringt, weil jetzt braucht es halt jetzt so gar nicht mehr, weil jetzt haben wir, jetzt sind wir ja an dem Punkt, wo wir halt die nostalgische Sache abgehakt haben, ne? Was Gil ja auch sagt, da gehen wir nachher drauf an. Ja, genau, und deswegen fänd ich's halt komisch, ich find's halt irgendwie, dass man Peck wieder mit einbaut, ich hätt's, ich würd's halt lieber sehen, wenn man einen guten, neuen Charakter hat als Bürgermeister, also jemand, den man noch nicht kennt, den man vielleicht auch noch nicht so ganz durchschaut und sowas, das hätt ich interessanter gefunden, Peck würd ich halt tatsächlich eher so in dieser Rolle sehen, wie halt, äh, in den Comics, so, ne? Ja, das wär interessant, also, die haben auf jeden Fall gezeigt, dass du, du musst es ja nicht so machen, du kannst es ja auch anders gut machen. Ja, es ist, ich seh's ähnlich, also bei Afterlife war's noch so, da hätt ich mir auch so ein bisschen Originalität am Ende gewünscht, aber es war nun mal Goza und dann kamen nun mal die alten Geisterjäger und dann fand ich's aber ganz witzig, wie man damit umgegangen ist und dass ich, ähm, Teile auch, George Lucas sagt das immer, gereimt haben auf der eine Film, auf den anderen und, äh, wenn Ray dann seine Rede variiert, aber im ersten Teil, das, das fand ich sehr schön, bringt das Bier ernst halt und meint es auch, so wie er's sagt. Und hier, äh, leite einfach irgendeine, eine, eine Satire, ein, ähm, ein, ein, ein satirisches Echo dessen, was er im ersten gemacht hat, das ist ja nicht ernst gemeint, das find ich ganz witzig, ähm, aber wenn du jetzt hier in der Szene auch wieder dann Peter dabei hättest und dann geht's wieder darum, ob der einen Schwanz hat oder nicht, das find ich ganz furcht, furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen, da hoff ich, dass es, ähm, anders witzig wird. Ja, ich hoffe. Und dass wir andere lustige Dialoge haben, ne, also du kannst es wirklich gut machen, du kannst es schlecht machen, ist alles offen jetzt noch. Ist aber auch wirklich das erste Mal, dass ich jetzt, dass es eine Sache gibt, wo ich sage, ah, da hätt ich tatsächlich echt Probleme mit, so, also, keine Ahnung, bisher, alles am Film hat mir, was wir wussten, was wir gesehen haben, hab ich ja auch schon ein paar Mal in den letzten Folgen gesagt, so, gefällt mir total gut, das ist die erste Sache, wo ich ein bisschen, wenn ich Bauchschmerzen hab, aber wo ich mir denke, ah, nicht machen. Das wird anders sein. Ich hoffe es wirklich, ich hoffe es wirklich. Ich sag dir, wie das sein wird. Also, verrate es aber niemandem, ja, das hab ich aus Zufall, das ist hier eine Quelle. Ich sag's keinem. Das find ich total gut von dir. An der Stelle möchte ich mich auch mal bedanken, dass du so ein zutrauer, vertraulicher Typ bist. Ja, gerne. Also, es bricht natürlich Katastrophe los über New York City, alles ist eisig und so und kalt. Und, und dann werden die in das Büro des Bürgermeisters gerufen, Jack Hardemeier, der sagt, ah, ich sag ganz furchtbar, ich hab euch immer gehasst und wegen euch hab ich meinen Job verloren und ich lass euch wieder einbuchten und tralalalalalala. Und dann wird der ganz arschig und ganz böse, der Hardemeier. Und dann kommt der Governor, Walter Peck, und macht ihn fertig. Und sagt hier, ich kann euch auch nicht leiden, aber los. Und sagt hier, pass auf, du Schwanzloser. Wieso sagen sie sowas? Weiß ich nicht. Sie sehen so aus. Keine Ahnung. Ja. Ja, ich hoffe, dass der Film da doch ein bisschen origineller ist. Weil, es scheinen so viele gute neue Elemente drin zu sein. Das wirkt bisher alles so wie, und G. Sagt's ja auch, ne, dass das so weiterentwickelt wird, ganz neu. Aber, das sind so Sachen, wo ich mir immer denke, das braucht's dann halt auch nicht mehr, dieses, komm, wir gucken doch noch mal zurück in die Vergangenheit. Komm, wir bauen doch doch noch mal was ein. Ich hätte auch total auf Slimer verzichten können, so, ne. Ich find's okay, dass er jetzt dabei ist, so, ne, wenn's passt, aber ... Den will ich, den lass mir. Ach Gott, den lass mir. Wenn du den nicht brauchst, dann nehm ich den. Aber ich hätte den Pack wirklich gerne als kleinen Helden mit dabei. Der in irgendeiner Situation, wo es schlecht aussieht, irgendwas reißen kann. Ja, keine Ahnung, ob, wie auch immer, ob über Behörden, technisch, also irgendwo, in irgendeinem Moment, wo du nicht mit ihm rechnest, kommt er und ist immer noch ein Arsch, aber ein hilfreiches Arsch. Weil er weiß, ich bin jetzt pragmatisch und, ähm, wir müssen die Sache irgendwie zusammen anpacken. Und es würde auch diesen, diesen, ähm, Familien und darüber hinaus alle Zusammengeist von Afterlife aufgreifen. Das ist zum Beispiel was, was ich bei Afterlife am Ende total gut fand, dass über die Familie hinaus halt wirklich alle zusammengearbeitet haben, um Gozer zu besiegen. Die Einzelnen hatten überhaupt keine Chance, die mussten wirklich alles zusammenarbeiten, ne. Ja, ist ja auch so ... Außer Lucky, die hat nix geschafft. Ja, aber auch, auch, auch die war ja, war ja, ähm, relevant. Ich meine, allein die Tatsache, dass sie halt, also Punkt eins, dass sie, äh, die Kids ins Sheriff-Büro lassen kann, damit die ihr Zeug holen können, so. Das ist ja ihr Verdienst gewesen. Und die Tatsache, dass sie zumindest für einen Moment Gozer ablenken konnte mit dem Strahler. Also insofern, also das, das finde ich halt auch wirklich an dem Finale, das greift alles so toll ineinander. Ich finde das so fantastisch, ähm, ausgearbeitet auch, ne. Auch Trevor, der dann seinen hellen Moment hat und dann da auf diese Silos drauf feuert und sowas. Und also jeder hat da eine Funktion. Und Podcast, der die Mini-Puffs dann nebenbei und versucht da irgendwie die Technik zu retten. Also alles Sachen, das greift alles wie Zahnräder ineinander so. Und das ist halt auch irgendwie so die Essenz von Ghostbusters, dieses, äh, dieses Teamwork-Ding. Ja, das auf jeden Fall. Und da auch mal noch eine Lanze brechen, weil ich immer so oft herziehe. Aber das finde ich halt echt schön, weil du hättest viel falsch machen können. Ja. In dem, wie du dann die Figuren interagieren lässt. Zum Beispiel als die, du baust halt den ganzen Film über ein neues Team auf, diese Familie auf. Wenn dann am Ende die alten Ghostbusters gekommen wären und hätten's gerissen, dann hätte das die Familie entwertet, die du die ganze Zeit aufgebaut hättest. Das wäre scheiße gewesen. Ist bei vielen Filmen passiert sowas. Ähm, wenn die Alten gekommen wären und wären sofort besiegt worden oder was weiß ich, ja, und hätten dann nichts mehr leisten können für den finalen Kampf gegen Goza, wäre auch scheiße gewesen. Weil darauf haben die ganzen Fans nicht gewartet, ja. Nein, die mussten alle zusammenarbeiten. Wirklich jeder. Und so konnten sie ihn dann besiegen. Ja, genau das. Das ist gut. Und deswegen, vielleicht, ja. Es gibt auch Familienmitglieder, die hat man nicht so gern, weißt du? Die Familie sucht man sich nicht aus. Vielleicht gehört Peck dann dazu. Ja, es ist natürlich, bei Peck ist ja auch immer so diese Sache, ne, im Grunde genommen, ja, es ist immer so ein bisschen Antagonist im ersten Teil gewesen. Und ja, man hasst den auch immer anscheinend so ein bisschen. Aber der hat ja halt mit allem Recht, so, also außer die Tatsache, dass er halt denen unterstellt, irgendwie eine Lichtshow zu machen und die Leute zu verarschen und so. Aber grundsätzlich macht er ja einfach seinen Job und das sehr, sehr, sehr gewissenhaft. Da ist ja grundsätzlich erstmal nichts Verkehrtes dran. Es ist ja auch naheliegend, was er sich da denkt. Ja. Wenn du im Leben noch nie einen Geist gesehen hast und auf einmal, du bist, keine Ahnung, in deinen späten 30ern, 40ern und dann auf einmal kommen da so Clowns an und erzählen dir, wir jagen jetzt Geister und das sehr erfolgreich. Und natürlich sind das Hochstapler und Betrüger und irgendwas Dubioses, wo er sich keinen Reim drauf machen kann, geht da bei denen im Keller ab und wer weiß, was das für Dinger sind und alles. Klar bin ich als Umweltamt daran interessiert, also da mal nachzuschauen. Und dann ist er ja da angekommen und er war nie sympathisch, aber er hat sich ja trotzdem anständig benommen. Er ist ja nicht rumpöbelnd da reingekommen. Er hat ja das Gespräch gesucht, ganz normal. Er hat das Gespräch gesucht, ja. Und er ist von Venkman halt total abgewehrt worden. Und klar, also, das ist jetzt die große Ironie. Peck war immer schon der Held. Ja, insofern, klar, das wäre natürlich schon schön, wenn er irgendwie dann so einen Badass-Moment hat, wo er erst dann reißen muss. Mal gucken. Der untersagt Garaka gerichtlich den Aufenthalt in der Stadt. Und er hat so ... Ach, ja. Ja, aber warum wir den Gag machen, das erfahrt ihr dann nächstes Mal, wenn wir mit Heiko über die Filmposter sprechen. Ja. Denn da gibt es ja einen sehr schönen Blick auf Garaka. Aber wie gesagt, da reden wir nächstes Mal drüber. Ja, also, die Rumlarum ... Die Rumlarum. Es ist ein sehr schönes Bild. Und ich finde es halt ... Ich finde einfach die Crew, also die Spanglers, in den Flight Suits und so, es wirkt so natürlich. Also, es wirkt irgendwie gar nicht wie ... Guck mal, was das denn jetzt für Leute sind, die die Jumpsuits tragen. Ich finde das toll. Also, genau die haben das echt verdient, dass sie das machen dürfen. So, das ist einfach eine geile Crew. Ja, das stimmt. Ja. Und mehr ist gar nicht, oder? Mehr ist gar nicht an News. Oder Gil hat noch ein paar Sachen gesagt. Ach ja, stimmt. Jetzt haben wir es ja schon mehrfach angeteasen. Lustigerweise ist mir noch was anderes eingefallen vorhin, das auch noch in die News gehört, habe ich aber wieder vergessen. Aha. Und das jetzt mitten in der Sendung. Toll. Wahnsinn, oder? Leute, wir sind echte Menschen. Ja, das passiert. Aber lass uns erst mal über die Sache reden, die Gil da noch verzapft hat. Ja, und du musst mir gleich mal so ein bisschen mit dem Übersetzen helfen. Manchmal sind da die Sätze ein bisschen ... Naja. Es waren doch nur so ein paar ... Es sind so ein paar Zitate. Die hat auch News Jason. Liebe Grüße. Ich wünsche dir viele Weihnachts-Slimer-Propos. Unter den Christbaum. Ähm, Gil Keenan sagt im Empire-Artikel noch, ähm ... We see them step up to the challenge of ghostbusting as a family in a completely new context and on a much larger canvas. Das finde ich spannend. Also ... Und er fügt dann noch hinzu, in ways big and small, the new setting drives the story and our characters. Also, das finde ich irgendwie ... Also, das kriege ich nicht so überein irgendwie. Also, das wirkt alles bisher so ... So laut, dieser ganze Film. Mit diesem riesigen Cast, ja. Mit so vielen Leuten. Auch das Poster. Die Poster zeigen ja mehrere Ghostbusters und so. Ähm, also, wie das im Kleinen und so charakterorientiert funktionieren soll, geht man tatsächlich noch nicht so richtig rein. Also, da bin ich auch echt immer noch ein bisschen skeptisch, ob sie das so hinkriegen. Hm. Ja, ich finde es grundsätzlich schwierig, wenn du so ein PR-Geschwatz von denjenigen hast, die es machen. Weil du weißt halt nie, ist es jetzt wirklich so? Ist derjenige der Meinung, dass es so ist? Wie wird es dann sein? Ich kann mich an Aussagen erinnern, sowohl dem letzten Film als auch 2016, wo ich mir gedacht habe, oh, wow, krass, wahr. Und in beiden Filmen war es dann anders, mal wenig davon. Also, ich kann mich erinnern, 2016, da hat irgendwann Paul Feig mal gesagt, ja, hier, Rowan, es ist der ultimative Outsider und mit Hintergrundgeschichte und tralalalalala. Und dann habe ich den Film gesehen, fand es immer noch gut, was sie gemacht haben, aber ich habe mir halt so ein Riesengebilde an Background-Story erwartet. Ja, ich auch eigentlich. Und das war es dann halt irgendwie nicht, ja. Also, es war gut für das, was es sein sollte, aber, und bei Afterlife war es auch die ein oder andere Sache, wo man sich gedacht hat, oh, was könnte das bedeuten und könnte das bedeuten und so. Und es ist schwierig, das zu beurteilen. Es wird halt im Vorfeld gerne größer geredet, als es dann in Wahrheit ist eigentlich im Film. Es ist ja auch, glaube ich, so, dass du, wenn du, guck mal, wir gucken uns einen Film an, der geht dann zwei Stunden und dann ist er fertig. Die Leute, also jetzt einfach mal das Beispiel mit Rowan da wieder, wenn du an einem Film arbeitest, du schreibst den vorher, dann behandelst du die Figur in deinem Kopf, dann drehst du das, dann behandelst du die Figur mit dem Schauspieler und dann behandelst du, du hast ja mit der Figur zu tun, du hast vielleicht so den Eindruck, boah, das ist ein riesen Part und der ist unglaublich wichtig und so und alles, weil das deine subjektive Wahrnehmung ist, weil du die ganze Zeit monatelang damit zu schaffen hast, ja. Das ist vielleicht in unserer Wahrnehmung ein bisschen anders. Aber es kann ja trotzdem sein, dass das stimmt, weil das ja ein mega langer Ghostbusters-Film wird. Ja, stimmt schon. Und klar, die haben jetzt bei dem Trailer, haben sie auf Effekt gemacht großartig, aber der kennt ja trotzdem viele Ruhige oder Dialogsequenzen haben. Ja, ich ... Wo die Story fortgebracht weitergebracht wird. Ich hoffe. Was du da letztens erzählt hast, Entschuldigung, Gedanken noch mal kurz, was du da erzählt hast, dein Gedanke deswegen mit Phoebe und so, die da vielleicht eine Freundschaft schließt und dann enttäuscht ist, weil es sich als was anderes entpuppt hat, als es eigentlich sein sollte. Ja. Das bietet ja alles Potenzial für genau sowas. Ja, also ich find's ja halt, also was die Comics von Dark Horse ja anscheinend auch sehr in den Fokus rücken, ist ja wirklich die Dynamik der Familie so, ne, und wie sie sich da eben auch, dieses Leben in New York, wie sie sich daran gewöhnen müssen und wie sie da irgendwie einen Umgang mit finden müssen, dann jetzt diese Verantwortung, sie sind jetzt quasi die neuen Ghostbusters und nehmen jetzt diesen Job an und sowas. Ähm, ich hab halt so ein bisschen die Hoffnung, dass man das, was in den Comics ist, auch in Filmform so ein bisschen erzählt bekommt oder zumindest, dass wir mitkriegen, wie sind die Dynamiken bei den Spanglers so, ne, also keine Ahnung, wird's ja sicherlich auch Konfliktpotenzial geben, würde ich mal von aus ausgehen. Allein Phoebe ist ja halt schon ein ziemlicher, sie ist ja eine ziemliche Eigenbrötlerin und so, ne, und könnte mir vorstellen, dass das schon ein bisschen Reibungsfläche vielleicht auch mit ihrer Mutter geben wird und so, da seh ich ganz viel Potenzial, grad die beiden. Die hat sich ja im letzten Teil gewünscht, dass die mal endlich Probleme macht. Ja, das ist meistens dann, wenn's dann Realität wird, dann wünscht man sich das wieder zurück, wie's mal war, so, weißt du. Ach, werd ich doch wieder so ruhig wie früher, weißt du. Nee, aber einfach die Charaktere so. Und ich seh da halt aber irgendwie das Problem bei so vielen Figuren, irgendwer fällt immer hinten über. Und ich hab ehrlich gesagt schon, ich fand's halt schon schade, dass Lucky im letzten Film so wenig Raum hatte. Und ich hab ehrlich gesagt auch fast das Gefühl, dass es hier genauso wieder sein wird, dass sie gar nicht so wahnsinnig viel zu tun haben wird und dass wir da auch keine Weiterentwicklungen sehen werden. Aber ich find's sehr schade, ja. Das ist ein bisschen schade, weil du führst neue Figuren ein, die wirklich viel Potenzial haben und dann weißt du nichts damit anzufangen. Ich weiß halt auch nicht, wie Podcast da jetzt noch überall reinpassen soll, weil den siehst du auch auf den Postern nicht. Der ist im Trailer nur ganz kurz zu sehen. Das heißt, er wird offensichtlich nicht zum Team gehören. Das Team sind jetzt die Spanglers und wir sehen Lucky, die ein Protonenpack irgendwie aufschneidet. Ich hab so das Gefühl, Podcast wird da auch eher so außen vor bleiben. Hey, Kester, der hat noch eins auf. Bitte? James R. Kester hat noch eins auf. Genau, also es sind halt so viele Figuren und ich weiß halt nicht, wie man dem allen gerecht werden soll. Also das ist irgendwie so eine Sorge, die sich grad so ein bisschen bei mir breitmacht, wenn ich so drüber nachdenke. Es sind halt, es ist so ein fetter Cast. Es sind so viele große Namen drin und auch wirklich gute Schauspieler und Schauspielerinnen. Also, uff, weiß ich nicht. Das stimmt schon. Ja, schwierig. Also ich glaube, dass, wenn es da Konflikte gibt und so, die drehen sich um ganz wenige Figuren und ich denke, so einige werden wenig zu tun haben. Die kommen vielleicht auf ein, zwei Szenen im ganzen Film. Das wäre natürlich sehr schade, aber ist nicht anders möglich. Aber das ist zum Beispiel auch was, wo ich sage, wenn da wirklich noch eine animierte Serie käme oder eine Realserie oder irgendwas halt, dass diese Geschichte fortführt, dann bist du gut aufgestellt, weil dann hast du ein großes Ensemble, dann kannst du dich in verschiedenen Folgen mal um die Figur kümmern, mal um die Figur, wie das halt so ist bei Serien. In dieser Größenordnung ist es fast in der Serie besser aufgehoben. Ja, ich hoffe halt auch so ein bisschen, dass das jetzt nicht so Marvel-Ausmaße annimmt. Ich meine jetzt nicht von der Menge an Zeug, was da jetzt kommt, sondern dieses Aufeinanderaufbauen. Also ich hoffe nicht, dass das jetzt so sein wird, dass man jetzt den Film sieht und dann hat man da irgendwie einen Schluss, der ganz viel offen lässt, was man aber eigentlich gern wissen würde oder was halt notwendig wäre. Und dann musst du dann dafür die Serie gucken oder halt den Animationsfilm, wenn der kommt. Das fände ich halt schade. Also ich hoffe, sie verlinken das alles nicht zu sehr. Hypothese. Ich glaube, das ist auf drei Filme ausgelegt. Meinst du? Ich glaube schon. Das wird irgendwie passen. Also es folgt schon so ein bisschen dieser Star-Wars-Vorlage. Erst hast du das Erwachen der Macht. Das spiegelt so den allerersten Film wieder. Dann hast du einen zweiten Film, der halt irgendwie was Neues ausprobiert. Das haben wir jetzt. Und dann gucken wir mal, was die mit dem dritten Film machen. Aber kommt mir so vor. Und die älteren Parts des neuen Teams, also Paul Rudd und so, der ist auch schon 53. Wenn die jetzt noch einen Film drehen, wo er dabei ist, dann ist er dann 56. Der geht schon auf die 60 zu. Klar, mit den Kindern kannst du theoretisch noch ganz viel machen. Aber ich glaube, das ist auch drei Filme ausgelegt. Und dann vielleicht auch begleitendes Serienzeug oder was auch immer dann. Ich sag's mal so, wenn sie mit dem dritten Film noch was Tolles zu erzählen haben und eine gute Story und noch was mit den Figuren anzufangen wissen. Ich hoffe halt nicht, dass es wie, du hast gerade Star Wars als Beispiel gebracht. Da war ich ja, also den ersten Teil der neuen Trilogie, den fand ich toll so irgendwie. Er hat aber ja auch ganz, ganz viel gespiegelt irgendwie so. Den zweiten, obwohl der in Fankreisen wird der ja ziemlich zerrissen, so den fand ich überraschend gut im Kino, gerade weil er so viel Neues gemacht und sich so frisch angefühlt hat. Den dritten fand ich leider absolut nicht gut. Also da war so viel drin irgendwie, wo man wirklich gemerkt hat, komm, wir müssen jetzt doch noch irgendwie die Fans zufriedenstellen. Und es wird so viel da reingenommen, was irgendwie einfach nur so Convenience war. Und der dritte hat halt, ja, der zweite ist halt abgelehnt worden, Last Jedi. Und dann hast du beim dritten wirklich das Gefühl gehabt, die sagen, nein, das stimmt nicht, weil das Drehbuch halt vorher schon fertig war. Aber da hast du auch immer wieder Aussagen von SchauspielerInnen und so, die halt sagen, ja, in der einen Woche hieß es so und dann, ich stamme ja von einem Obi-Wan Kenobi ab. Nee, dann bin ich auf einmal niemand. Nee, da stamme ich vom Imperator ab. Spoiler-Alarm übrigens hier. Alles ist clever, wurde das clever. Leck mal los. Und dann hast du so das Gefühl, die wollten irgendwie alles reinbringen, was so an Star Wars irgendwie mal toll gewesen ist. Und der war total überfacht. Und der war optisch schön. Das war es dann aber auch. Inhaltlich war der so doof. Und da sind Erzählstränge ins Nichts und da sind welche ins Nichts und da sind welche blöd beendet worden und so. Wenn du mit Ghostbusters diesem Film folgen wolltest, dann würden sich im dritten Teil dieser neuen Serie Gosa, Garaka und Vigo abteamen oder so was. Die sind dann auf einmal wieder da. Warum wird nicht erklärt? Und dann kommen auch noch die Scolaris dazu und was weiß ich nicht. Und Slimer fährt die Ghostbusters im Bus zu einem Einsatz. Ey, WhatsApp, der Film hört am Schluss mit einem Cliffhanger auf und dann geht es eigentlich erst im nächsten Film so richtig los. Ja. Das wäre so der Beyond the Spider-Verse-Move. Ich finde das immer so, das ist halt so was, das kannst du bei Der Herr der Ringe machen, weil das eh schon eine große Story ist und du dieses Buch ja gar nicht in einem Film unterbringen kannst. Ja. Da ist das okay so. Ich meine, man hatte dann ein Jahr Wartezeit zwischen den Filmen immer so, aber das ging halt noch. Aber ich finde das jetzt, also ich fände es jetzt super lame irgendwie, wenn man da sagt, okay, wir haben so einen offenen Schluss und wir bauen das jetzt auf und im nächsten Film geht es dann richtig ab. Das fände ich schade. Also wenn du dann jedes Jahr einen neuen Teil rausbringst, so wie das bei Der Herr der Ringe war oder bei, teilweise bei Harry Potter und so, dann kannst du das ja machen, dass du so seriell erzählst. Aber Ghostbusters, glaube ich, bindet die Muggel, die Normalos auch nicht stark genug, als dass sie dann zwei Jahre später noch wüssten, was überhaupt passiert ist vorher. Das ist das Problem. Das ist ja eben so die Krux an der Sache. Man muss ja immer mit den Normalsterblichen arbeiten auch, damit man erfolgreich ist. Und wenn ich mir überlege, damals bei den ersten beiden Star Wars Trilogien, da haben wir noch jemals ein Jahr wartet, ne, drei Jahre warten müssen, bis der neue Film rausgekommen ist. Und die sind auch teilweise auf Cliffhanger geendet. Also das ist ja undenkbar. Ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt. Aber ganz, ganz viel haben wir dann auch noch beim nächsten Mal mit Heiko dann zu besprechen, wenn wir die Poster uns vornehmen, weil da steckt auch viel drin und unterschiedliche Ansichten. Kleiner Teaser. Okay. Ich glaube, keiner von uns findet die Poster schlecht. Das kann man auch schon mal sagen. Das definitiv, ja. Okay. Dann würde ich sagen. Na gut, sonst haben wir wirklich keine News mehr. Das gibt's doch gar nicht. Danny. Ja. Da muss doch was gehen. Weiß ich nicht. Wieso? Was soll denn noch gehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Das fällt mir wieder nachher ein. Siehst du? Das ist aber auch, das bin wieder ich. Der Heiko hat sich Notizen gemacht. Der hat's gewusst. Mir fällt das gleich während der Lesung ein. Okay. Dann schreie ich lauthals mittendrin. Na, Moment. Wir haben noch den und den Punkt. Guckst du jetzt bei Ghostbusters News oder was? Ja, ein bisschen Merch gibt's halt, ne. Was gibt's denn für Merch? Ne, das lassen wir weg. Das ist der, 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 der Job von Mr. Merchandise, den will ich ihm nicht wegnehmen. Ja, ich weiß aber nicht. Vielleicht hab ich, hab ich irgendwie, ähm, an Merch gedacht. Oder habe ich nicht an Merch gedacht? Übrigens sind alle der Meinung, äh, so ein bisschen das zu überbrücken. Rob Simonson. Äh, es geht die, ähm, Rede, dass der den neuen Film wahrscheinlich nicht scoren wird, also komponieren, weil er mit irgendeinem anderen Film zu tun hat. Oh, interessant. Das, äh, lässt ja Raum für Spekulationen, wer's dann werden könnte. Wie wär's denn mit, äh, Bear McCrary? Den nehm ich sofort. Den hatten wir ja schon mal auf dem, auf, auf dem Schirm. Ich hab von dem Mann noch nie was Schlechtes gehört. Das ist so. Den haben wir damals schon mal besprochen oder, äh, als Kandidat reingebracht in der Scoring, äh, Folge. Ja. Und dann hat er danach, äh, Godzilla, King of the Monsters gemacht, der wahnsinnig genial ist, den Score. Und dann hat er noch die Human Revelation auch, der ist auch super. Ja, sagen wir's mal so, ich hab halt, ähm, ich hab mir in den letzten Tagen wieder den, den Score zu Legacy reingefahren. Ja. Und ich komm einfach nicht darauf klar, wie wenig Neues da drin ist. So schade. Es ist wirklich so schade. Die neuen Sachen sind gut. Ja, die neuen Parts, die gefallen mir auch irgendwie echt am besten. Also, das war so, als der Score frisch, äh, rauskam. Ich fand den total toll und ich hab mich auch immer super über diese, ähm, über die, die, äh, alten Parts, äh, gefreut, die aus dem Bernstein-Score übernommen wurden und sowas. Aber es ist halt auch alles so exakt nachgespielt. Da ist wenig Variation drin. Hm. Und ich find das so, so, so schade. Ich mein, irgendwo kann man sagen, gut, das passt ja, weil Legacy ja irgendwie auch dieses, ne, so das, äh, äh, Alte wieder abhakt. Aber ich find's insofern schade, weil, äh, der Rob ja halt auch wirklich unterschiedlichste Styles drauf hat, so. Oh, ja. Und man sich die Scores von dem anhört, die klingen so unterschiedlich. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Und die sind eigentlich, und der schafft das auch immer, so den, den Ton von dem Film so exakt zu treffen. So wie Bernstein, das er in seinem Score auch geschafft hat. Ja. Ja. Und das ist halt schade. Mega talentiert, der Mann. Und, ähm, man muss ja auch dazu sagen, dass die neuen Sachen, die überhaupt nichts mit Bernstein zu tun haben, die da nichts von nachspielen, ähm, aber trotzdem stilistisch da voll reinpassen. Ja. In dieses Ghostbusters-Ding. Und sich auch nicht beißen mit den Bernstein-Sachen, sondern die ergänzen halt. Aber es sind halt völlig was Eigens. Davon hätt ich gern mehr gehabt. Ja. Und das hab ich ja schon so oft gesagt. Und da hätten sie sich auch von Star Wars abgucken können. Bei Star Wars hat fast jede Figur in eigenen, äh, ihr eigenes Thema. Ja. Und da kommt der Luke um die Ecke und dann klickt hier das Forst-Thema und so. Und dann ist dies und das. Und das fand ich schade, weil ich kann mich noch dran erinnern, dass wir weit vor dem Kinostart hatten wir so ein paar Noten, die da irgendwie geleakt sind. Auf Instagram, glaub ich. Die wohl das Phoebe-Thema sein sollen zu dem Zeitpunkt. Und, weiß ich nicht. Es waren nur ein paar Noten. Ich kann nicht beurteilen, ob die irgendwie das in den Filmscore geschafft haben oder nicht. Aber das hab ich mir halt wirklich hergesehen. Weil sie hat kein eigenes Thema. Sie ist quasi die Hauptfigur in dem Film. Zumindest sie müsste doch ein eigenes Thema haben. Da fällt mir natürlich... Und dann dieses, dieses sofort, ähm, dieses, dieses Interagieren zwischen Podcast und ihr, wo sie dann beschließen, äh, wir sind jetzt Lab-Partners und so. Und da fällt dem Film nichts Besseres ein, als einfach das von vor 40 Jahren nochmal wieder zu keulen. Warum gibt der denn den frischen, jungen Figuren kein eigenes Thema? Ja, das ist schade. Und er kann's doch. Ja, eben. Ist sehr schade. Ähm, auch da fällt mir wieder eine Parallele zur The Dark Knight-Reihe ein. Und zwar war's ja da auch so, dass in Batman Beginn's Batman noch kein eigenes, äh, Theme hatte. Äh, und ich weiß noch, dass Christopher Nolan da gesagt hat, als er gefragt worden ist, warum hat er denn kein Thema? Also warum ist, ist da nicht dieses Wiederkehren? Und dann er sagte, ja, das hat er sich halt noch nicht verdient. So, weil, naja, ist ja der Held, der, ähm, am Anfang steht und in The Dark Knight hast du halt diese, diese Musik, die für ihn steht und so. Und das Thema von Joker und so, ja. Und das wär halt was, wo ich ganz viel Potenzial in Frozen Empire sehe, so für eigene Themen, so für den Bösewicht ein eigenes Thema. Keine Ahnung, dieser Drache, vielleicht wird der ja was sein, was immer wieder vorkommt im Film, was immer wieder unerwartet auftaucht und immer wieder vor Chaos sorgt. Eh, nicht wie der Joker oder so, weißt du? Und dass du auch so ein Thema hast, was das musikalisch irgendwie aufgreift, dass du schon immer erahnen kannst, scheiße, jetzt passiert was, so, ne, was mit Garaka zu tun hat. Sowas würde ich mir halt wünschen. Aber ich bin sehr gespannt, also. Aber da bin ich wirklich guter Dinge auch, dass wir, ähm, da jetzt ganz, also, was heißt ganz viel Neues, aber wesentlich mehr Neues hören als beim letzten Mal. Weil das ja auch mit diesem Verständnis von Gil einhergeht. Er hat ja gesagt, ähm, die Gosa-Ära ist zu Ende. Und, ähm, das, da kommen wir nochmal auf den Artikel zurück, der hat, das hat er, glaube ich, in einem Artikel gesagt. Ja, ich hab's, ich hab's vorhin, äh, vergessen, weil bei Ghostbusters News steht's auch, glaube ich, nicht, nicht drin, wenn ich das jetzt nicht völlig überlesen hab. Na, die Aufteilung ist ein bisschen schräg bei, bei Ghostbusters News. Ich glaube, es kann auch gut sein, dass das das ist, was ich, äh, noch erzählen wollte. Also, das hat er ja gesagt, also, die Gosa, äh, die, ähm, die, die Ghostbusters, würde ich krass sagen, die Gosa-Ära ist zu Ende. Das ist aber ein bisschen beruhigend für alle, die, die sich, ähm, Sorgen gemacht haben, ob Gosa da jetzt nochmal kommt, Eis-Gosa. Und auch Vigo gibt's nicht. Eis-Vigo. Nee. Ja, stimmt. Das ist halt wirklich beruhigend, dass, ähm, Gil nochmal klarstellt, ähm, das ist was Neues. Also, es geht jetzt weiter, es ist eine völlig neue Gefahr. Und er hat ja auch gesagt, dass sie da eine eigene, neue Mythologie drumrum, ähm, aufbauen. Und das ist halt was, was ich mir so gewünscht hab für Ghostbusters, wirklich. Weil das hat, die Trick-Serie hat das so toll gemacht, äh, The Real Ghostbusters hat auch so tolle, kleine Mythen um diese ganzen Gefahren, Bösewichte und so weiter gestrickt. Und das halt so in Filmform, im großen Stil mal zu haben, find ich echt toll. Ja. Hab ich Bock drauf. Also, ich find diese ganze Gosa-Schandor-Mythologie auch super, aber halt mal was Neues. Das ist immer, das sind die Sachen, in Ghostbusters 2, die Ghostbusters 2 ganz toll machen. Das hat einen eigenen Score, aber trotzdem scoret ja gut zu Ghostbusters das. Das hat einen eigenen kreativen Bösewicht und so. Und das kann man jetzt auch wiederbringen. Gut. Jetzt sind wir fertig hier, oder? Ja, scheiß auf die News. Apropos Ghostbusters 2. Ghostbusters 2, oder wie Fans ihn nennen, äh, das Geheimnis des Us. Okay. Das kann ich bei Ghostbusters 2 auch anwenden, oder? Also, es passt zu Turtles und Ghostbusters. Ja, ein bisschen, ein bisschen. Ich muss mal hier ein bisschen heller machen, sonst sieht der gute Timo gar nichts mehr. Hallo. Hallo. Sagt er gerade Hallo zu seinem Licht. Ach, herrlich. Ja, das ist so. Ich hab hier zwei Kapitel. Nee, ein Kapitel. Nee, es fängt an bei 15, oder? Also, wir sind bei Kapitel 15. Das geht bei meiner Hardcover-Ausgabe bis Seite 226. Also, schon ein bisschen. Dann haben wir Kapitel 16. Das ist super kurz. Ich weiß nicht, wollen wir uns Kapitel 1 aufteilen, oder so? Oder, äh, Kapitel 1, Kapitel 15? Keine Ahnung. Das ist mir eigentlich geforscht. Wer will denn zuerst? Willst du viel lesen, oder willst du wenig lesen? Da du letztes Mal angefangen hast, meine Stimme ja noch angeschlagen war, würde ich dann vielleicht diesmal anfangen. Auf geht's. Ghostbusters. Haben wir da auch ein bisschen, was bisher geschah? Nee. Hört euch halt die Folgen an. Ist dir nicht so schwer zu finden. Jawohl. Das ist auch schlimm, wenn du dir das so komplett anhörst. Du wartest halt mit unseren Podcast-Folgen, wo gelesen wird, bis ein Buch komplett durch ist. Und dann, es gibt ja auch Leute, die machen das so, die warten und dann hören sie sich das komplett durch. Die müssen ja jedes Mal durch die Stunde Vorbesprechung. Mit News und allem drum und dran. Ja, ja. Das reißt doch immer wieder raus. Da kann man sich gar nicht sicher auf die Geschichte einlassen. Ja, vielleicht müssen wir das irgendwann mal zusammenschneiden und als Komplettlesung irgendwo bei Patreon hochladen. So ein Patreon-Special, die, ja. Das ist doch eine geile Idee, machen wir das mal. Aber jetzt lese ich erst mal. Das wäre eine Möglichkeit, weil trotzdem ist es ja for free hörbar, aber halt umständlicher. Und da können wir natürlich ein paar Schädel brechen. Aber nur im spirituellen Sinne. Richtig. Kapitel 15. Das Garagentor unter dem Hauptquartier der Ghostbusters öffnete sich und der neu erworbene und neu eingerichtete Wagen Ecto 2 sauste hinaus auf die Straße. Die unheimliche Sirene heulte. Winston ging die Liste der Aufträge. Kannst du die Sirene bitte nochmal machen? Ui, ui, ui. Bist du eine lüsterne Sirene, oder? Geilste Ecto 1, zwei Sirene, die ich hier gehört habe. Das war mal ein Zuhälterwagen. Weißt du doch? Das ist so älter. Ne, ne, unheimlich. Jetzt kann ich besser. Entschuldigung. Uuu, uuu. Haha, uuu. Uuu. Winston ging die Liste der Aufträge für den heutigen Tag durch. Er lächelte zufrieden. Viele Aufträge, die den ganzen Tag in Anspruch nehmen würden. Und darunter befand sich nicht ein einziger Auftritt bei einem Kindergeburtstag. Keine tretenden, wieder borstigen Kleinen. Keine schokoladenverschmierte Kleidung. Der kleinwüchsige Louis, für die Hora, dass es einfach kleinwüchsig ist bei Jason Dark, sorry. Richtig hart. Der kleinwüchsige Louis, der nicht mit durfte, blieb traurig am Garagentor zurück und sah dem Einsatzwagen nach. Er schloss das Tor und wollte gerade in sein Büro zurückkehren, als ihm ein eigenartiger Geruch in die Nase drang. Nein, mehr ein Gestank. Louis kannte den Duft aus seiner Schulzeit, als sein Junge ihm einen Hundehaufen, der in Schokoladepapier eingewickelt war, geschenkt hatte. Großer Gott, ächzte Louis. Das stinkt ja, als wird jemand ganz entsetzlich. Louis erstarrte. Vor ihm hing ein unförmiger, grüner Geist in der Luft. Seine dünnen Arme kamen keinen Moment zur Ruhe, während er sich begeistert über die Tüte hermachte, in der sich Louis' Mittagessen befand. Danke für die Soundeffekte. Louis erkannte die Erscheinung wieder. Der erste Geist, den die Ghostbusters damals eingefangen hatten. Der Schleimer. Das bin ich, das bin ich. Der Schleimer hatte noch nicht bemerkt, dass er beobachtet wurde. Plötzlich blickte er nach unten. Im selben Moment blickte Louis nach oben. Louis und der Schleimer stießen gleichzeitig Schreie aus, die einem das Blut in den Adern gefrieren ließen. Oh, der ist schon, das ist so ein Foreshadowing für Geraka hier. Das Blut in den Adern gefrieren. Ja, ja, der Deathchill. Beide eilten in entgegengesetzte Richtung. Der Schleimer war leicht im Vorteil. Er verschwand einfach durch die Wand. Louis hingegen prallte voll gegen die Ziegelsteinmauer und war für ein paar Momente mehr als nur benommen. Bumm. Hilfe, kreischte er kurz darauf. Ein Hungerheuer. Louis rappelte sich auf, denn er wusste nur zu gut, dass der Hunger den Schleimer in wenigen Sekunden zurücktreiben würde. Und Louis hatte noch drei verpackte Snickers in seiner Hosentasche. Der Schleimer übrigens, gell? Der Schleimer. Der Schleimer, der kommt immer so und meint so, oh, du hast aber eine coole Hose an, ey. Bist du der Coolste? Du hast die ja, die hätte ich ja auch gern. Oh, ich wäre ja auch gern so cool wie du. Du bist sowieso der Coolste hier irgendwie. Warte mal, da kommt ja Peter um die Ecke. Ey, Peter, ey. Oh, Peter. Coole Frisur hier wieder. Echt cool. Ey, du bist auf jeden Fall echt der Geilste bei den Ghostbusters. Definitiv. Ja. Ah, Ray. Ray. Ey, Ray, du bist definitiv mein Lieblings Ghostbusters. Unser Mann, ey, Ray. Oh, hör mal auf zu schleimen, ey. Ähm. Genau. Die New Yorker können offenbar ohne zu rennen nicht mehr leben. Sie rennen, um die U-Bahn zu erreichen. Sie rennen, um das letzte Taxi zu erwischen. Sie rennen, um Gewaltverbrechern zu entkommen. Alter, das lohnt sich ja auch. That escalated quickly. Achso, Entschuldigung. Äh, und im Central Park rennen sie sich fast zu Tode, um sich körperlich fit zu halten. An diesem sonnigen Wintertag rannte eine Gruppe von Joggern beiderlei Geschlechts und alle Altersgruppen über die Spazierungen. Diskriminierend hier. Was heißt hier, beiderlei Geschlechts? Gibt aber mehr als zwei Geschlechter. Was ist mit dem los? Der war super ungescheit. Alter, weißer Mann. Ja, ja. Der hat dunkel, ja. Ja, blablabla. Der hat dunkel. Ist in Deutschland. Das heißt dunkel. So bist du denn in Deutschland. Das heißt dunkel. Ja, aber die andere Schlechter gar nicht neigelassen, gell? Gott. Sie schnauften und ächzten, waren aber wild entschlossen, den Speck vom Thanksgiving Day abzuarbeiten und sich für die Weihnachtsfeiertage zu rüsten. Nach einer Weile hatte die Gruppe zu ihrem Gleichschritt gefunden. Die Füße bewegten sich synchron. Bumm. Bumm. Auch in Deutschland, oder? Bumm. Bumm. Das steht jetzt hier nicht wirklich, oder? Das steht da wirklich da drin. Das steht wirklich hier. Bumm, 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 bumm. Das ist manchmal echt eine Qual, das lesen zu müssen. Damit du das vorstellen kannst, Danny. Ach so, natürlich. Wie das klingt. Bumm, bumm, bumm. Okay. Bumm, bumm, bumm. Da ertönte hinter ihnen ein asynchrones Geräusch. Jemand schien da doppelt so schnell zu rennen wie die Joggergruppe. Also quasi bumm, 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 bumm. Jemand, der die Gruppe bald überholen würde. Der Letzte in der Gruppe warf einen Blick über die Schulter. Er krächzte, verhakte die Füße ineinander und fiel hin. Ah! Oh, boing. Bumm. Ein Skelett näherte sich da im doppelten Tempo der Gruppe. Ein Un- E-Man, ich kann dich kriegen. Das ist doch ja Knochengeist hier. Oh ja, stimmt. Ein unheimliches Glühen ging von den Knochen aus. Die anderen Jogger hörten es näher kommen und drehten die Köpfe um, als sie es ... Entschuldigung. Ich fange den Satz nochmal an. Die anderen Jogger hörten es näher kommen und drehten die Köpfe um, als es sie erreichte. Auch das gehört dazu, zu der Lesung. Die Jogger kreischten und brüllten. Einige stolperten und stürzten. Das Skelett ließ sich nicht beirren und rannte ungerührt weiter. Die verbleibenden Jogger sprangen entsetzt beiseite oder rannten in alle Richtungen davon. Sie hätten sicher ... Hilfe! Hilfe, Hilfe. Ein Löwe. Ein Löwe. Sie hätten sicher einen olympischen Rekord aufgestellt. Und alle zusammen brüllten und kreischten, was ihre Lungen hergaben. Ah! Das Skelett. Oh, nur das Skelett. Schien nichts davon mitzubekommen. Es rannte in ungemindertem Tempo weiter, drückte zwei Knochenfinger an sein Handgelenk und zählte offenbar seinen Pulsschlag. Haha, das Skelett ist ein Pulsschlag. Get it? Get it? Get it? Einen Kilometer vor dieser Szene hockten Venkman und Stance auf zwei gegenüberstehenden Bänken. Zwischen ihnen verlief der Wanderweg. Venkman las in einer unfassbar zerknüllten Ausgabe der New York Post und tauchte in regelmäßigen Abständen einen mit Zuckerguss reich gesegneten Donut in einen Kaffeebecher aus Styropor. Ich bin so froh über diese Information. Ich auch. Ihm gegenüber hockte Stance so gelassen wie ein Rentner, der die Wintersonne genießen will. Doch in Wahrheit behielt er unter seinen halbgeschlossenen Liedern den Weg im Auge. Kurz darauf fiel ihm der einzelne Jogger auf. Der Skelettmann, der von einem unirdischen Glanz umgeben war. Aber was konnte ein New Yorker im Allgemeinen und ein Ghostbuster im Besonderen schon nachhaltig aus der Fassung bringen? Ray räusperte sich. Danke. Venkman nickte. Und verfolgte weiter in seiner Zeitung mit höchster Konzentration das neueste Abenteuer von Helga dem schrecklichen In der New York Post. Einfach Helga, der schreckliche Wie geil ist das? Ja, finde ich gut. Abonniere ich. Im Original hat er 100 pro Garfield gelesen. Das Originalbuch liegt da ums Eck. Wir müssen das nachreichen. Ich bin mir relativ sicher, dass Ed Neha da eigentlich Garfield geschrieben hat. Dass sie dann daraus halt Helga machen. Boah, geil. Obwohl sich Janine Garfield-Figur schon zurecht gerichtet hat auf ihrem Schreibtisch in der letzten Lesung. Das wäre ja total Panne, weißt du. Wenn sie das drin lassen und dann Garfield kennt keiner, mach mal Helga. Okay. Der gespenstische Jogger beschleunigte seine Schritte und näherte sich jetzt geradewegs den beiden gegenüberstehenden Benken. Als der Knochenmann die Männer passierte, traten Stance und Venkman synchron auf verborgene Pedale. Eine Geisterfalle, die sie vorher ein paar Zentimeter tief unter dem Weg vergraben hatten, sprang auf. Der Skelettmann heulte jämmerlich, als die Energie der Falle ihn unerwartet traf und einhüllte. Nein, nein! Die wollte ich die Falle lachen! Nein, nein! Er saß unrettbar in dem Lichtdreieck gefangen und hielt wie erstarrt mitten in der Bewegung inne. Wie hieß nochmal diese Band mit dem Dreieck? Es gelang ihm gerade noch, sich verwirrt umzusehen. Dabei spürte er, wie die Energie der Falle ihn tiefer und tiefer ins Gehäuse zog. Ui, 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 scheiße. Atax, nein, Atax! Oh Gott. Nein. Binnen Sekunden war der Joggergeist verschwunden. Er war in der Falle gefangen. Stance erhob sich gemächlich. Benkman, der immer noch über die Pointe in der heutigen Hager-Folge nachdachte, verputzte den Rest seines Donuts. Übrigens, Duffnutz geschrieben. Das ist dann kein Donut. Der meint auch ein Duffnutz. Entschuldigung, okay. Verputzte den Rest seines Duffnutz, erhob sich und half Ray dabei, die Falle zu schließen. Hä? Er half Ray, die Falle zu schließen? Ja, die Klappe, die hat doch geklemmt. Das ist doch eine von Spirit Halloween. Ja, natürlich. Da klemmen die Klappen manchmal so ein bisschen. Ich bin auch ein Dummerchen. Nein, das kann man schon mal. Benkman sah auf seine Uhr. Mensch, er ist die Strecke in unter sechs Minuten gelaufen, staunte Peter. Tja, wenn er nicht schon tot wäre, hätte er bei den Olympischen Spielen die größten Chancen, bemerkte Ray. Und mit diesem Lacher übergebe ich an Timo. Oh. Oder nicht? Doch, doch, ich kann nicht mehr. Stance steuerte den Ecto 2 mit quietschenden Reifen vor das World Trade Center in der Wall Street. Leute, vor das World Trade Center. Das waren noch Zeiten. Früher, früher war ich besser. Ich war so gut, World Trade Center. Benkman, der auf dem Beifahrersitz hockte und so tat, als würde er den Verkehr beobachten. Welchen? Warf er einen Blick auf die Wolkenkratzer und lächelte. Hier sitzt das große Geld, dachte er froh. Winston und Spengler stiegen aus der Hintertür des ehemaligen Ambulanzwagens. Sie trugen die komplette geistige Armutur. Kleiner Trivia, der Ecto 1a sollte ja im Film ursprünglich Ecto 2 heißen. Stand auch so im Drehbuch, steht auch in einer Szene sogar auf Nummernschild. Nämlich wenn die Benkman abholen wollen, um in die Kanalisation zu gehen. Achtet mal drauf. Und dann wurde denen gesagt, hey Leute, der Ecto 2 ist aber ein Helikopter. So, wo war ich denn? Im Kampfschritt liefen die vier Männer ins Gebäude. Wenig später wurden sie ins Büro von Ed. Du hast das vergessen. Stance wollte sich den Protonenpack umhängen. Du hast das vergessen. Vincent und Spengler stiegen aus der Hintertür des ehemaligen Ambulanzwagens. Sie trugen die komplette geistige Monitor. Stance wollte, habe ich was vergessen? Jetzt bin ich selber irritiert. Stance wollte sich den Protonenpack umhängen, aber Benkman winkte ab. Er glaubte nicht, dass sie für diesen Einsatz die schwere Kampfausrüstung benötigten. Im Kampfschritt liefen die vier Männer ins Gebäude. Bum, 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 bum. Also steht da nicht, aber so müsst ihr euch das vorstellen, der Rhythmus. Wenig später wurden sie ins Büro von Ed Petrosius geleitet, einem kleinwüchsigen, schwitzenden, hier kommt alles zusammen, kleinwüchsigen, schwitzenden, kurz angebundenen und super erfolgreichen Börsenmakler. Petrosius starrte die vier Gestalten an, die da in sein Büro marschierten. Er telefonierte gerade. Der finste Ausdruck auf seinem Gesicht ließ jedoch weniger auf einen schwierigen Gesprächsverlauf schließen, als vielleicht mehr darauf, dass er diesen Auftritt missbilligte. Als viel mehr darauf, genau. Die vier Männer erschienen ihm wohl recht unpassend gekleidet. Der Börsenmakler legte eine Hand auf die Sprechmuschel. Was ist denn hier los? Ach, jetzt zischt es. Was ist denn hier los? Ich habe nicht vor, diese Angelegenheit zu einem öffentlichen Spektakel zu machen. Händen Sie nicht, wie alle anderen auch im Anzug und Krawatte das Haus betreten können? Sie sehen aus wie Kammerjäger. Wenkt mir das Dance an. Beide nickten. Korinthenkacker stand in ihren Rücken, in ihren Blicken zu lesen. Entschuldige Leute, ich kann überhaupt nichts erkennen. Aufgeblasene Ich kann gar nichts erkennen. Der alte Mann hier. Korinthenkacker. Ja, ich brauche eine neue Brille. Ist ganz schlimm. Merke ich immer beim Lesen hier. Petrosius fand es sich wieder seinem Gesprächspartner zu und brüllte, ich rufe Sie zurück, nicht. Achten Sie aufs Haus am Galf. Ja? Wenn Sie über acht steigen, kaufen, sofort kaufen, bis später, gell? Gell? Steht auch genau so. Steht er nicht. Er waff den Hörer auf die Gabel und drehte sich mit seinem Sessel den Ghostbusters zu. Also gut, rief er ungeduldig. Wie lange wird es dauern? Und was muss ich bezahlen? Wenkt mir schenkt ihm sein freundlichstes Lächeln. Nun, das kommt immer drauf an. In der Regel saugen wir unsere Kunden finanziell bis aufs Blut aus. Petrosius hieb mit der Faust auf einen Knopf. Was? Hieb mit der Faust auf einen Knopf unter der Schreibtischplatte. Okay. Seine Bürotür verriegelte sich automatisch. Leute, tut mir leid, ich bin nicht in Form. Tut so, als wäre es gut. Hören Sie, ich habe alle Hände voll zu tun und kann es mir nicht erlauben, in dieser Angelegenheit viel Zeit zu verlieren. Also machen Sie sich gleich an die Arbeit, und kommen Sie nicht auf die Idee, mit mir Konversation treiben zu wollen. Stance trat vor. Warum erzählen Sie uns nicht einfach, was Ihr Problem ist? Der Börsenmakler starrte auf seine Hände. Bitte, Wenkman sah ein, fehle ihn nicht an. Na gut, murmelte, na gut, murmelte Petrosius ungehalten. Hin und wieder fangen Gegenstände, na ja, sie fangen an, wie aus Feind und Himmel Feuer, einfach so, gell. Er startete die Ghostbusters eindrüst, das ist ja gar nicht er. Mein Gott, bin ich schlecht, Danny, mach doch was. Soll ich übernehmen? Nein, 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 ich bring das hier zu Ende. Er startete die Ghostbusters eindringlich an. Verstehen Sie, was ich meine? Wenkman nickte, wie ein Fahrschullehrer, dessen Schüler es in der 27. Fahrstunde zum ersten Mal richtig gemacht hat. Natürlich, also, Gegenstände gegen Einbringung, einfach mir nichts, dir nichts in Flammen auf. Ja, so ähnlich, bestätigte der Börsenmakler. Na ja, ich sitze gerade über meinen Unterlagen oder telefoniere und da fängt plötzlich irgendetwas auf meinem Schreibtisch an zu brennen. So ein Fall ist Ihnen doch sicher schon untergekommen, oder? Wenkman kratzte sich am Kinn. Kratz, 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 warte. Wird ja eh rausgefiltert. Ja, klar, passiert jeden Tag irgendwo. Sie sind hier reichlich mit Papier ausgestattet, übernahm Stancy Verhandlung. Da kann es leicht zu einem spontanen Feuerausbruch kommen. Oder es könnte sich um einen Fall von Pyrogenese handeln, bemerkte Spengler. Der Börsenmakler starrte ihn verwundert an Pyro... Ah! Igon rückte seine Brille gerade. Unter Pyrogenese versteht man die Fähigkeit mancher Menschen per Geisteskraft große Hitze zu erzeugen. Bevor Petrosius das verinnerlichen konnte, klingelte das Telefon. Entschuldigung. Es tut mir leid, Leute. Das ist eine Katastrophe. Schwimmt alles vor meinen Augen. Ja, es schwimmt alles vor meinen Augen. Klingelte das Telefon. Das Telefon klingelt. Ach so. Ring, 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 verdammt! mummelte er und im selben Moment riss er den Hörer ans Ohr. Ja, was gibt's? Seine Gesichtsfarbe wechselte und er riss die Augen weit auf. Was sagen Sie da? Ich habe die ganze Geschichte mit Bill ausgearbeitet. Ach was? Vergessen Sie diese Scheibe! Sagen Sie Donald, er soll sofort mit Mike in Verbindung setzen. Er hat sein Okay dazu gegeben. Und jetzt sitzt Donald irgendwas im Darm und da will er nicht mehr. Nichts da? Wir haben eine Abmachung und einen Vertrag. Ach wirklich? Dann will ich Ihnen auch mal was verraten. Mein Anwalt war früher bei den Ledermacken. Bei den Ledermacken. Könnte Lederlappen? Batman in Schweden. Er fischte sich einen Vertrag aus einem Papierstapel und wedelte triumphierend damit in der Luft herum. Spengler nahm unmerklich den Taschengigameter in die Hand und maß damit Pedrosius ab. Leute, Hasbro Taschengigameter Taschengigameter Das ist der heiße Scheiß. Und maß damit Pedrosius ab, während der ins Telefon brüllte. Nein, Bob! Der Börsenmakler stand kurz vor dem Explodieren. Da kommen Sie nicht mehr raus! Ach, Sie wollen sich persönlich hierher bemühen und mit dem Vertrag des Maulstopfen hier, ja? Herzlich gern, wann immer Sie wollen Sie verlogen. Der Sackvolle rechts von Pedrosius schoss aus dem Papierkorb eine Stichflamme. Die Ghostbusters sahen sich überrascht an. Verflucht und zugenäht, rief der Bürgermeister, als er die Bescherung der Börsenmakler Dann kam auch der Bürgermeister dazu. Meine Güte. Es war Volter Peck. Als er die Bescherung bemerkte. Der Vertrag in seiner Hand verfärbte sich schwarz. Ein dünner Rauchfaden stieg davon auf. Pedrosius ließ ihn rasch fallen. Er landete auf der Schreibtischplatte und ging dort in hellen Flammen auf. Die Flammenzungen leckten nach den Ablagen auf den Schreibtisch. Erst waren die Eingänge dran, dann die Ausgänge. Dem folgte der Terminkalender. Dann war der Notizblock an der Reihe. Wankmann sah fasziniert zu, wie sie Stück für Stück von den Unterlagen des Börsenmarklers in Rauch und Asche auflöste. Wow, Jungs. Jetzt aber rasch die Hamburger und die Würstchen ausgepackt. Dieser Knabe ist ja das Acht-Weltwunder. Wankmann griff sich die Wasserkaraffe vom Schreibtisch und Doss Pedrosius den Inhalt ins glühende Gesicht. Winston eilte in die Ecke und riss den Zimmerwassertank aus der Verankerung. Er löschte damit die Flammen auf dem Schreibtisch und im Papierkorb. Der Börsenmakler stand, wie erstarrt da, während das Wasser über sein Gesicht lief und auf seinen teuren Anzug tropfte. Er warf Wankmann einen vernichtenden Blick zu. Dieser Anzug hat 1200 Euro, wollte ich sagen, Dollar gekostet. In diesem Moment fingen hinter ihm die Vorhängefeuer. Stance marschierte mutig zum Börsenmakler. Ich tue das nur ungern, verkündete er, aber sie sind eine öffentliche Brandgefahr. Er holte mit der Linken aus und versetzte Pedrosius einen Schwinger, der den Mann am Kinn traf. Der Börsenmakler hielt mitten in seiner Schimpfkanonade inne, verdrehte die Augen und sackte ihn in seinem Sessel zusammen. Das getroffene Kinn sank auf seine Brust. Erlöschen, bemerkte Winston. Eine gute Geschäftsführer, lobte Wankmann. Er warf einen nachdenklichen Blick auf den Bewusstlosen und erklärte dann, von nun an wollen wir alle unsere Kunden vermöbeln. I pity the fool. Die Vorhänge brannten immer noch, die Flammen eilten immer höher. An der Decke erwachte das Sprinklersystem zum Leben. Das ganze Büro stand im Regen. Spengler machte ganz den Eindruck, als sei sein Verstand mit etwas beschäftigt. Sein Gesicht war wie der Ausdruck intensivster Konzentration, als er zum Zimmerwassertank schritt. Er streckte die Hand in die Öffnung. Als er sie wieder herauszog, stellte er befriedigt fest, dass seine Ahnung ihn nicht getrogen hatte. Psychoreaktiver Schleim klebt an seinen Fingern. Interessant, mummelt er. Er drehte sich zu seinen drei Kollegen um. Die waren gerade damit beschäftigt, den bewusstlosen Petrosius aus seinem Sessel zu heben. Sie trugen den Börsenmakler, nicht den Bürgermeister, den Börsenmakler, wie ein Wäschesack aus seinem Büro hinaus in den Vorraum. Wenkmeier blieb einen Moment vor der entsetzten Sekretärin des Geschäftsmannes stehen. Ich denke, Ed nimmt sich für den Rest des Tages frei. Tut mir leid, Leute, ich sehe kaum was. Ich mache weiter. Ich muss das wirklich direkt vor meiner Nase halten, aber dann klappt es. Ab zum Optiker, mein Lieber. Ja, ja. Los geht's. Ecto 2 hielt vor dem Luxusgeschäft auf der Fifth Avenue. Eine größere Menschenmenge hatte sich bereits vor dem Schaufenster versammelt und starrte neugierig hinein. Die Ghostbusters eilten im Kampfschritt in den Laden, doch sie kamen nicht weit, denn die Tür war verschlossen. Ghostbusters! rief Winston in die Gegensprechanlage, jetzt fange ich auch schon an. Was ist denn heute los, Danny? Ja, ich muss das ganz nach vor das Gesicht halten. Entschuldigung. Du musst das so weitermachen, damit es die Leute nicht rausreißen, oder? Richtig. Ein schmächtiger, ängstlicher Ladenbesitzer öffnete ihn sofort. Die vier Männer blieben an der Schwelle stehen. Zu fantastisch war der Anblick, der sich ihn bot. Meine Fresse. Dieses Geschäft handelte mit Kristallglas. Im Augenblick schwebten jedoch alle Stücke mindestens einen Meter über den Regalen und Ausstellungstischen. Stance und Venkman begaben sich zu dem zitternden Ladenbesitzer, während Winston und Egon in einer Ecke des Ladens ihre elektronischen Gerätschaften aufbauten. Stance sah sich kurz in dem Verkaufsraum um und erklärte dann dem Besitzer, wir haben es hier lediglich mit einer simplen Polaritätsumkehr wieder zu tun. Tatsächlich? Der Inhaber staunte. Ein PKE-Sturm muss durch diese Räumlichkeit gefahren sein und hat die Silikonmoleküle im Glas manipuliert, fuhr Ray fort. Er lächelte dem kleinen Mann zu und nickte freundlich. Das haben wir im Handumdrehen wieder hingekriegt. Er wandte sich an seine Kameraden. Alles bereit, Jungs? Alles bereit, riefen Spangler und Winston. Achtung, aktivieren, befahl Ray. Egon und Winston drehten gleichzeitig die Schalter an den elektronischen Umkehrgeräten, die sie mittlerweile in allen vier Ecken des Ladens aufgestellt hatten. Unzählige laserartige Strahlen schossen umher und hüllten den ganzen Raum ein. Überall krachte, summte und zischte es. Danke. Die schwebenden Kristallgläser schimmerten und wackelten. Der Ladenbesitzer sah fassungslos zu, wie seine Werke von einer Sekunde auf die andere ihren Halt verloren. Die wertvollen und zum Teil unbezahlbaren Gläser krachten durch Regale und zerschmetterten die Tische. Einen Augenblick später schwebte nichts mehr in der Luft. Dafür waren der Boden und alles Inventar des Ladens von Myriaden, Scherben und Splittern überseht. Spangler und Winston schalteten die Maschinen ab. Stance lächelte den Inhaber an. Hab ich's nicht gesagt? Der kleine Mann war nur noch zu einem leisen Stöhnen fähig. Stance legte ihm einen kräftigen Arm um die Schulter. Wo hat er den denn her? Sein eigener ist es wahrscheinlich nicht. So wie in dem Spawn-Spiel auf der ersten Playstation, wo du mit so einem Special-Move konntest du den Gegnern den Arm abbreißen und die mit dem Arm verprügeln. Geil. Es sah ganz so aus, als wollte er ihn zerdrücken. Wie wollen wir denn die Bezahlung regeln? Bar oder Scheck? Haben sie PayPal? Die vier Ghostbusters verließen unter dem Jubel der Menge den Laden. Oh, warum schaffen sie das denn nicht? Scheiß da her. 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 Sie scheinen nicht verletzt zu sein. Ein grauenhafter Schrei ertönte aus dem Geschäft. Die Menge erstarrte. Ein weiterer Geist. Eine neue Erscheinung? Die Mutigsten wagten sich vor und späten vorsichtig durch das Schaufenster. Nein, dort stand nur der Besitzer, bewaffnete Besen und Kehrschaufel und er weinte bitterlich. Im Hauptquartier der Ghostbusters lauerte der selbsternannte Schrecken der Geisterwelt, Louis, hinter einer Säule. Unweit seines Fußes stand das Pedal für eine Geisterfalle. Über Louis' Schreibtisch hingen etliche Hähnchenteile von Kentucky Fried Chicken oder auch Kentucky Fried Ficken an Drähten von der Decke herab. Das ist ja wie eine Augsburger Puppenkiste, nur mit Essensresten. Ja, das ist so. Louis würde diesem Spuk ein für allemal ein Ende bereiten. Er wusste, dass er dazu fähig war. Louis war clever und gerissen. Louis hatte Verstand. Louis hatte Mumm in den Knochen. Nun zumindest hatte er jetzt allen gut zusammen genommen. Er hielt den Atem an, als der grüne Schleimer aus einer Wand auftauchte und neugierig schnupperte. Der Geist entdeckte sofort die Hähnchenteile, kicherte und schoss darauf zu. Habe ich nicht, schrie Louis und trat mit aller Kraft auf das Pedal. Die Falle öffnete sich und sandte einen mächtigen Lichtkegel in die Luft. Der Schleimer ließ sich die Hähnchenteile schmecken, während die Energiestrahlen ihn weit verfehlten. Sie rissen vielmehr ein Loch in die Decke. Schutt prasselte auf Louis' Füße. Aua, machte Louis und der Schleimer rülpste. Louis watschete betrübt aus dem Zimmer. Von seinem Gehalt würde er die Reparaturkosten niemals bestreiten können. Es gab für ihn nur einen Ausweg. Sobald die Ghostbusters wieder hier eintrafen, würde er ihn sofort gestehen, wie es zu dem Loch in der Decke gekommen war. Er würde ihnen eine faustdicke Lüge auftischen. Eieieieiei, du bist ja, komm ich übernehme mal, ja? Ja, ich weiß nicht, wir haben, ich hatte immer noch so ein bisschen auf eine Szene mit Vigo und mit Janoschkorf, aber ich habe das Gefühl, es gibt keine mehr, doch, auf jeden Fall später, ich weiß Bescheid, ich weiß Bescheid, ist die denn im Buch? Ja, die Szenen sind alle im Buch, aber heute schaffen wir es nicht mehr zu einer. Das ist sehr schade, ich hatte mich sehr darauf gefreut, aber das Leben ist halt eine Enttäuschung. Nichts gegen das Corona-Warten auf Afterlife. So, jetzt nehme ich mal die Brille ab. Nimmst die Brille ab, aber wie willst du denn dann was? Na, wie sehe ich aus ohne Brille? Ungewohnt, Leute, die man immer mit Brille sieht, die, ähm... Siehst ein bisschen aus wie Paul Rudd. Warte. Ja, wenn man ein bisschen... Das hättest du jetzt gar nicht untermalen müssen, aber wenn man ein bisschen aussieht wie der Sexier Man's Alive 2021, das ist ja auch so gut. Peter Winkmann und Vincent Zedmore betraten völlig erschöpft nach eines langen Tages Arbeit... Mein Gott, das ist ja fast die Wohnquartiere der ehemaligen Feuerwache. Sie hatten den Geist eines vor längerem verstorbenen Leiters einer Gameshow eingefangen, der nun eine Soap-Opera terrorisierte. Den Schauspielern hatten oft genug die Haare zu Berge gestanden. Jedes Mal, wenn einer von ihnen eine Tür geöffnet hatte, wurden sie von einem weiteren materialisierten Gegenstand erwartet. Ein junger Bo hätte sich beinahe den Hals gebrochen, als er die Bühne verließ und hinter der Dekoration in einen Kühlschrank achte, mit eingebautem Tiefkühlfach, hatte eine hohe Geisterstimme verkündet. Ein junger Bo. Ein junger Bo. Ist das der hier türlich, türlich sicher, Digga? Nein, das ist ja ein Schönling, ein Bo. Oder ist das Bo Burnham? Nein, das ist ein schöner, ein ganz hübscher junger Mann. Okay. Winkmann ließ sich... Was guckst du mich an? Hä? Winkmann ließ sich aufs Ufer fallen. Ach, wir halten uns einfach zu viel auf. Ich komme nicht mehr mit, stöhnte er. Ich lege mich für ein Weilchen aufs Ohr. Weck mich bitte am Mittwoch. Heute ist erst Montag, entgegnete Winston. Ist mir bekannt, antwortete Peter mit bereits geschlossenen Augen. Stance erschien und strahlte die beiden Männer an. Bevor ihr zwei ins Reich der Träume entflieht, müsst ihr euch unbedingt etwas ansehen. Es hat nicht zufällig mit deinen Hämorrhoiden zu tun, fragte Winkmann mit geschlossenen Augen. Stance ließ sich davon nicht aufhalten, sondern eilte gleich weiter zum Kühlschrank. Er öffnete die Tür, schob einen Berg von Fertigmenüs und tiefgefrorenen Pizzen beiseite und holte die Plastikdose heraus, die die Schleimprobe enthielt. Er stellte sich damit vor Winkmann, der sich an der Schwelle zum Tiefschlaf befand. Wir haben ein paar Experimente mit dem Zeug aus dem Tunnel gemacht. Ich habe eben erst Ex-Exkremente gelesen. Auch. Und die heben sie auch im Kühlschrank auf. Wo ist sonst? Sonst wird es ja schlecht. Riech mal, wie scheiße das riecht. Das ist unsere Insider hier raus, die armen Läuen. Wir haben ein paar Experimente mit dem Zeug aus dem Tunnel gemacht. Er begab sich zum Mikrowellenherd und schob die Dose hinein. Er ließ sie ein paar Sekunden aufwärmen. Was hast du vor? Willst du den Schleim essen? Winkmann war vor entsetzender hellwach. Nein, ich führe es nur in seinen Normalzustand zurück, antwortete Ray. Winston und Winkmann richteten sich auf. Stence trat an den Tisch und goss ein paar Tropfen von der Masse in eine Petrischale. Er warf den beiden einen siegessicheren Blick zu. Nun seht einmal genau hin. Ray beugte sich über die Petrischale und beschimpfte den Schleim. Du wertvoller, wertloser, wertloser, verlesertes Tag. Du wertloser Haufen Dreck. Winkmann sah fassungslos so, wie die Schleimtropfen zuckten und zu glühen begannen. Stence holte tief Luft und rief dann, du einfältiger, ekelerregender Schleimpfropfen. Die kleine Probe blubberte und schwoll an. Mit jedem weiteren Mal, in dem Stences anfuhr, verfärbte sich die Masse weiter und wuchs an. Ich habe in meinem Leben schon eine ganze Menge Unrat gesehen. Unrat, schön, schönes Wort. Ja, ein schönes altes Wort. Aber du bist an Ekeligkeit das Allermieseste. Die Probe hatte mittlerweile die doppelte Größe erreicht. Schon begann sie über den Rand der Schale zu schwappen. Egon erschien und setzte sich ruhig in eine Ecke. Nach einer Weile drehte sich Ray zu ihm um. Okay, ich denke, das reicht für heute, Egon. Jetzt wollen wir es wieder beruhigen. Steht ja. Spengler ergriff seine Wandergitarre. Das ist was, was ich mir bei Spengler auf jeden Fall vorstellen kann. Natürlich, den kenne ich ja nur mit Wandergitarre. Hängte sie sich um und trat an den Tisch mit der Petrischale. Er nickte Ray zu. Ray nickte ihm zu. Spengler schlug einen Akkord an und dann begannen die beiden Ghostbusters den Schleim ein Ständchen zu bringen. Kumbaya, mein Lord, und klang es harmonisch. Kumbaya, someone's crying, Lord, Kumbaya. Wenkman und Winston bekamen keinen Ton heraus. Während Egon und Ray weiter sangen, hörte der Schleim auf zu bubbeln. Zu bubbeln? Zu babbeln? Das ist bestimmt zu babbeln. Ach, zu babbeln. Meinst du babbeln? So weit war der noch gar nicht. Das hat er so original übernommen, oder? Aus dem Englischen. Die Masse beruhigte sich allmählich und schrumpfte zusammen. Spengler ließ sein Gitarrenspiel sanft ausklingen. Stance wandte sich an Wenkman. Peter verzog sein Gesicht. Stance strahlte und Wenkman fragte, verbringt ihr damit eure Freizeit? Ray zeigte auf den Schleim. Er wirkte sehr aufgeregt. Du bist eben Zeuge eines ungeheurigen wissenschaftlichen Durchbruchs geworden. Wenki, hast du denn keine Augen im Kopf? Wir haben es hier eindeutig mit einer psychoreaktiven Masse zu tun, woraus sich dieses Zeugs auch immer zusammensetzen mag. Es reagiert auf menschliche Gefühlsausbrüche. Stimmungsschleim, rief Wenkman. Klasse. Jetzt können wir in unserer Boutique auch noch das ganz besondere Weihnachtsgeschenk anbieten. Stance winkte ab. Wohl kaum. Das wäre dasselbe, als würde man jemandem eine abgezogene Handgranase zum Geschenk machen. Dieser Schleim ist gefährlich. Ich sage dir, Peter, nach allem, was wir bereits herausgefunden haben, müssen wir von einer paranormalen Bedrohung ausgehen. Ach was. Die sind so helle. Wenigstens starte auf den Schleim. Sieht ganz so aus, als würde sich dieses Zeug von negativen Ausstrahlungen ernähren. Es blüht davon gerade so auf, bestätigte Stance. Das gefällt mir, bemerkte Wenkman. Hat er ein Like da gelassen für den Schleim. Peter Wenkman gefällt das. Ja. Ja. Ich glaube, das reicht dann auch für heute. Ja. Spricht keiner mehr. Nee, ich habe gerade gesehen, dass Vigo da jetzt kam, aber keiner, also er hat keinen Sprachauftrag. Na, na toll. Das ist ja enttäuscht. Das war. Dann kann ich meine Brille wieder aufsetzen. Moment. Das alte Bonbonpapier wieder da rein in das Buch, damit ich weiß, wo ich war. Diese zusätzlichen Infos sind immer besonders schön. Ja, die Leute haben verdient, das zu erfahren. Das ist ja nicht irgendein Bonbonpapier, sondern es ist das Alter Farmer. Dirt Farmer. Alter Farmer. Alter Farmer. Aliki Bum Bum Down. Ja. Es kommt in die Vitrine, wenn ich fertig bin mit Lesen. Ja, also es war ganz schlimm heute. Die Augen wollten gar nicht. Tut mir leid, es ist ganz schlimm, sich das anzuhören. Ich weiß, aber. Tja. Vielleicht veröffentlichen wir das auch gar nicht. Ja, schmeiß weg. Okay, schmeiß weg. Oder. Oder du veröffentlichst es, aber du lässt es rückwärts abspielen. Die Leute können nach satanischen Botschaften suchen. Und das in der Weihnachtszeit. Kann man machen. Mach ich aber nicht. Kurze Sendung diesmal, aber. Hey, muss reichen. Muss reichen. Leute, ich bin gefragt worden, war das wirklich die letzte Folge, ja, und wie lang macht ihr denn Pause und so weiter. Und also da müsst ihr jetzt mal zufrieden mit sein. Wir haben auch ein bisschen News besprochen, also wir haben euch hier nicht ganz verhungern lassen, aber den großen Talk über die Poster gibt es dann mit Heiko und vielleicht passiert bis dahin ja auch noch was, was wir dann auch noch verbasteln müssen. Morgen kommt der Trailer, der nächste. Nee, der kommt am 24. Natürlich. Ja gut, dann vielen Dank, Timo, dass du dich hier so durchgequält hast. Ich, die anderen, die haben sich alle gequält. Du hast dich gequält, die Ohren haben sich gequält. Ich fand es lustig. Okay, ich hoffe, die Leute da draußen fanden es auch lustig. Das hoffe ich auch. Und nicht zu peinlich, die beiden Pappnasen hier, die hätte nicht mal lesen können die. Naja, du hast das doch gut gemacht. Ich habe mich auch gut gemacht. Ich muss zum Optiker, das stimmt schon. Merke ich immer mehr. Dann mal ab dafür. Morgen kannst du noch und ich glaube am 24. kannst du auch noch bis zum 13. Habe ich ja aber auch nichts davon pünktlich, weil ich muss ja dann irgendwie ewig warten, bis dann meine... Ja, aber je länger du nicht gehst, um so länger musst du dann tatsächlich warten. Ach, komme nicht mit Logik, das ist doch Quatsch. Das ist ja total überbewertend. In diesem Sinne, liebe Leute, ich gehe mal davon aus, dass diese Folge noch zwischen den Jahren erscheint und damit wünschen wir euch dann natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann im Januar wieder und bis dahin sagen wir drei, zwei, eins, tschüss. 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 Ich hole mal die Bandagitarre. So, haut rein, Leute. Tschüss.